So, ist das natürlich wieder awkward, weil uns Leute fehlen, aber ich will jetzt mal sagen, Ogun und Leon mit Noel, die gucken sich hier nochmal so ein paar Files durch. Vielleicht suchen die noch irgendeinen anderen Code oder so, wer weiß. Die fliegen noch ein bisschen herum, richtig. Genau. Aber ihr könnt schon mal ein bisschen was weitermachen hier. Flieg, Leon. Und Ogun fliegt. Wir schauen, das soll weiter um. Warte, Barbara. Wo ist Wes? Ich sehe sie nicht. Ja, ich spüre sie, aber ich rieche sie. Ja, so recht. Hier riecht es doch irgendwie tot. Hier riecht es nach. Schleich mich hinter Barbara an und erschreckt sie und bleibt wieder sich vor. Stinkt doch einmal noch mehr. Oh mein Gott, Wes. Du auch hier? Lang nicht gesehen. Haha. Wir werden nur alle haben hier. Könnten wir weiter erkunden, aber leider. Können wir zwei Idiote so lange brauchen zum Fliegen. Schade. Schauen wir uns doch... Ich will nicht, Laham. Den Portal kommt gerade. Oh, was? Ähm, ja. Ich hatte einen ganz komischen Traum. Dann bin ich aufgewacht und war hier. Seltsam. Bist du uns gefolgt, Mann, einfach. Das ist so... Laham, du tauchst hier aus dem Portal auf. Gott sei Dank. Bist deinen Freunden gefolgt. Du siehst vor dir schon einen Ascherhaufen da rumliegen. Und ganz viele Tote. Geil. Hier müssen sie sein. Ich habe die Partie gepasst. Gott sei Dank. Laham, ihr seid nicht mehr klammig und entfiebelt. So habe ich mir das schon gedacht. Sehr gut. Passt auf, hier gibt es viele Schabdis. Was ist das? Gute lebende Wesen. Wieder nicht. Hier in einer anderen Dimension. Ich glaube, das ist ein Tempel von Pharasma oder so. Oder das ist... Das ist die Schwelle von... Weiß ich nicht. Von den lebenden, so den Untoten. Irgendwie sowas. Aber das werden wir noch herausfinden. Es ist... Pharasma ist quasi der Gott, der eine Seele, nachdem sie gestorben ist, so wieder ins Reine bringt. Auch so ein bisschen wieder in Balance bringt. Also hier werden... In diesem Ding hier werden besonders... Es ist wie eine Art Krankenhaus fast. Hier kommen quasi Seelen an, die aus irgendeinem Grund zerstört wurden. Also kaputt gegangen sind. Zum Beispiel durch Leute wie Cam Nebi halt. Der die halt so aufsaugt und keine Ahnung was macht. Und die probieren die Seelen hier quasi, wieder gesund zu pflegen. Also es ist wirklich... Es ist wirklich wie so eine Art Krankenhaus für Seelen. Meine Seele dürfen die nicht anfassen. Ich finde mich gut, so wie ich bin. Du darfst. Danke. Gut, Alarm. Die zwei Idioten fliegen da, wie du vielleicht siehst, gerade in dem Loch herum. Suche noch was. Okay. Und wir weiterschauen. Dann sollen... Dann... Ja. Was habt ihr da eigentlich da draußen gebracht? Da habe ich Dreck. Das war so ein... Das ist eine normale Leiche da. Aber... Die sind desintegriert. Oh. Was ist passiert? Das ist komplett Feuer. Ihr seht da oben auch... Ihr schleicht euch da so ein bisschen entlang. Ihr seht da oben im Raum seht ihr... Die Seelen, die wagen. So ein paar... Genau. Ihr seht da ganz komische Dinge. Die da oben irgendwie so rumspucken. Ihr seht auch glaube ich auch die paar Gegner, oder? Die sind da relativ busy. Die haben euch noch nicht bemerkt. Ja okay, aber glaubt ihr, dass eine von den Seelen mein Schwert leben will? Kommst da fest. Weil wir nicht lieber zuerst durch die Tür hier gehen. Welche Tür? Diese Tür. Barbara macht die Tür auf. Was ist das denn? Das ist widerlich. Mach die Tür sofort wieder zu. Nein, lass auf und komm zurück. Das betrachten. Hat jemand sowas schon gesehen? Macht noch einen Schritt zurück. Die sehen euch von oben vielleicht. Sehr gut. Okay. Lass mich mal genau... Also ihr versteckt euch da hinter der Ecke. Guckt da in den Raum rein. Lundsens rein. Ja, das erste was euch auffällt natürlich. Ein riesiger magischer Kreis in der Mitte dieses Raumes. Ihr seht auch, dass... Ja, da so zwei größere Karren drinstehen. Wo irgendwas draufliegt. Was genau das ist, könnt ihr von hier aus nicht erkennen. Aber es sieht irgendwie so aus, als wären das so Behälter oder so. Na gut, dann gehen wir vielleicht rein. Was steht denn hier auf den Täteln? Äh, das sieht aus, als wären das Seelenurnen. Also Behälter, in denen wohl Seelen drin sind. Hm, lustig. Wie groß sind diese Behälter und wie schwer sind die? So groß wie ne... ne kleine Schatulle vielleicht? Hm. Warte, irgendwo hab ich auch ein Bild. Guck wie nur, denkst du, was ich denke? Denkst du, was ich denke? Wahrscheinlich. So ungefähr sehen die aus. Nur steht da nicht das drauf. Kann das wer lesen, du. Und so, steht nicht da oben. Mach mal vielleicht eine auf? Ich mach einfach eine auf. Die sind so klein. Ich will so eine Seele wegfliegen sehen. Okay. Dann beschreib mal genau, was du damit machst. Ich nehme die Box in die Hand. Ja. Und hebe mit der anderen Hand den Deckel. Okay. Oder öffnet man so, nicht boxen? Ich weiß nicht. Ja, du siehst darin irgendwie so eine Art... Ja, nicht Ektoplasma, aber du siehst auf jeden Fall irgendwas Durchsichtiges, da drin rumschwirren. Fast schon so ein bisschen flüssig. Also man könnte es auskippen. Thanks, Mai. Ich kipp es auf mein Schwert. Hm. Okay. Ich kipp es auf so ein Schwert. Alles klar. Okay. Machst du. Was passiert ist... Du kippst es auf. Du kippst es über das Schwert. Also willst es über das Schwert kippen. Aber anstatt, dass da irgendwas über das Schwert drüber läuft, siehst du, wie diese fast schon flüssige Form aus diesem Seelenodendings da raus geht und sich irgendwie zu so einer Art, ja, Form zusammenfindet. Und, ähm, vor euch ist jetzt irgendwie so eine Art, ja, schon Seele von irgendwem, also genau wie ihr oben da zum Beispiel in diesem oberen Raum kurz gesehen habt, auf den Benken. Aber es ist irgendwie, hat ganz viele Löcher irgendwie und sieht irgendwie sehr kaputt aus. Ich geh hin, steck meinen Lippen, meinen Mund rein in die Seele und saugern. Es passiert nix. Es ist doch kein Plasma. Aber, Gubi Neu, was passiert kurz nachdem, als sich das ereignet hat, ist, dass ihr alle, ihr fühlt euch plötzlich so, als würde irgendwas auf euch draufdrücken von oben. Also ihr habt plötzlich so das Gefühl, als, 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 als werdet ihr immer schwerer und, ähm, es ist nicht wirklich so eine, so eine körperliche Schwere, eher so eine seelische Schwere. Und für euch ist ab jetzt hier in der kompletten Map alles difficult terrain. Vielleicht hätten wir noch mehr ausschütten sollen. Kannst du gerne machen. Ich will mich so langsam. Es bestimmt dieses, dieser Kreis in der Mitte. Lass schnell weggehen. Warte doch mal. Ist diese Box offen jetzt? Ja. Dann mach sie doch wieder zu. Die Seele ist doch aus dem Behälter schon draußen. Hey Seele. Fangen Sie ein, ja, probier es aus. Hey Seele, willst du nicht in mein Schwert und mit mir Abenteuer leben? Lass uns die Unschuldigen schlechten. Guck dich nur ganz leer an, irgendwie. Keine Reaktion. Komm schon, ist doch viel geiler, als hier einfach so nichts zu tun. Zeig dir die Welt. Kann sich auch wirklich, die kann sich gar nicht unterhalten mit dir. Versuch's trotzdem. Ich sehe, ihr Mund barbert einfach so und ich interpretiere das als Spät. Es ist fast, als würdest du durch ein Fenster gucken. Nur ist das, was hinter dem Fenster ist, komplett verschwommen irgendwie. Und kaputt. Als würde sich irgendeine Erinnerung da formen wollen, aber es geht einfach nicht. Tragisch. Ich würde erlauben, Arkana, Okkultismus oder Religion. Oh, wow, ok, Vess. Ja. Vess guckt sich das Kreislein da genau an. Und anhand dessen, was man hier im Raum findet, anhand dessen, was Gubi Noe dir auch gerade gezeigt hat, was hier passiert so. Und, ja, quasi daraus, wie dieser Kreis hier geformt ist und funkelt und Magie ausstrahlt. Und du kannst dir gut vorstellen, dass das ein Raum ist, ein Kreis, mit dem man diese kaputten Seelen wieder zusammenflicken kann. Und zwar in einer Form, in der diese Probleme, die in der Seele drin sind, quasi mehr oder weniger so gefixt werden, dass man doch wieder ein klareres Bild bekommt. Reagiert diese Seele, die die Gubi Noe da ausgeschüttet hat, irgendwie auf uns? Können wir die in diesen Kreis da reinlotsen oder so? Er kann sie wieder einpacken und könnte sie da auskippen. Dann weiß ich Gubi Noe anders zu tun. Ich höre nichts. Dann mache ich es selber. Du bist gefriedet, ist ja nicht mit mir. Du höre ich nichts. Kannst du überhaupt reden? Ich kann reden. Was? Wirklich? Ja. So redest du denn nie mit uns? Ganz nie nötig. Wow. Wie arrogant wäre es eigentlich. Ein richtiger Bloodlord. Leider haben wir das nicht gehört. Du sagst mir mal, du sagst mir hier mit deiner Message, dass ich das machen würde, dann mache ich das halt. Dann schwebe ich so herum und fliege diese Seele hinterher. Ui, komm, fange sie ein. Du musst ja gar nicht viel einfangen. Also die kann ja auch nicht entfliehen oder so. Ich fliege hinterher und fange sie ein. Ja, okay. Du machst das. Dann schütte ich sie über dem Kreis aus. Okay. Als du das Ganze nochmal über dem Kreis ausschüttest, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wobei, je nachdem, ob du es schaffst. Du würfelst für mich jetzt auch nochmal einen Akena Religion Okkultismus oder einen Suing Lore. Ja, ihr habt richtig gehört. Oder einen Medicine Check. Das ist es. Das funktioniert. So, und zwar, du schüttest das Ganze wieder aus. Und diesmal formt sich das Ganze ein bisschen anders zusammen. Und, ähm, ja, die Seele formt sich quasi in irgendeine Art, ähm, es ist hier beschrieben als einen halbfesten Wandteppich. Ähm. Cool. Auf dem irgendwie so das Leben, die Gefühle und die Erfahrungen der Seele dargestellt werden. Cool. So ein paar fehlende Teile sind in der Tat immer noch auf diesem Wandteppich natürlich. Aber, ähm, es gibt auch ein paar reparierte Stellen, die, äh, durch goldene, leuchtende Nähte verbunden sind. Und, was ist das für eine geile Geschichte? Was hat der so erlebt in seinem Leben? Das ist auf jeden Fall nicht das, was ihr sucht. Irgendein Typ hat irgendwie sein Leben gelebt, ne, Familie gegründet und so. Und dann wurde er irgendwann anscheinend von irgendeinem Metallaraner Vampir, äh, irgendwie die Seele ausgesaugt. War aber wohl ein anderer, nicht Gimnebi. Apropos Seele. Und, äh, dann ist er wohl hier gelandet. Apropos Seele. Wir wissen doch jetzt, wo die Seele von diesem Typen ist, den wir suchen. Und welcher, welcher hier wo kategoriert. Also, ihr kennt den Namen. Ihr wisst, wie der Name geschrieben wird in, äh, Requian. Und ihr habt eine dazugehörige Nummer, einen Code. 4-9. Mehr wisst ihr nicht. Das ist 4-9 am Ende. Und dann sollte der Rabe da geschrien, die weggeflogen ist. Aber was war der Code? Hat halt Urwuhl einstecken, das ist ich. Ich glaube, er hat es euch auch nicht mitgeteilt. Dieser Fichser. Verdammt. Cooler Wandteppich, hm? Weiß ich nicht. Kann man die verkaufen? Ich will ihn mitnehmen, der Wandteppich. Bleibt es so ein Teppich dann? Möchtest du probieren, ihn aus dem Kreis rauszuziehen? Hm. Ich will ihn schon hingreifen. Fasst das nicht dann nur. Ich denke mir so, hm. Geht doch lieber nicht. Wartet. Ich mache eine Mage Hand. Okay, beschreibe, was du tust. Alter Urwuhl ist, naja, ich beschwere eine Hand da vor mich hin. Und dann schwebt sie so hin. Und dann will ich den Wandteppich da draus ziehen. Und schauen, ob immer noch materialisiert ist. Dann kann man den ja vielleicht verkaufen. Das ist hier. Da werden wir reich, Leute. Deine Mage Hand zieht an diesem Teppich, im güldenen Teppich. Und kurz nachdem die Hand den Teppich über den Rand dieses Magiekreises zieht, verwandelt sich der Teppich wieder in diese kaputte Form von vorher. Genau als hättest du sie daneben ausgeschüttet. Verdammt. Dann fange ich sie wieder ein. Und lege sie weg, in der Hoffnung, dass wir nicht mehr die Fikulterreie haben. Immer noch das gleiche. Geht sich weg. Also ich hab alles gesehen und ihr? Ich sehe eine Tür, die sich öffnen lässt. Woher weißt du, dass sie sich öffnen lässt? Meine Intuition. Ich hatte recht. Sehr gut, Barbara. Barbara, Tür öffnen. Hier ist gleich noch einer. Oh nein. So, ihr seht einen etwas längeren Raum für euch, in dem Betten stehen. Ähm, so wie die hier aussehen, also auf den Betten liegen auch Seelen anscheinend drauf. Ähm, es wirkt schon fast wie eine Art Operationstisch oder so. Und, ähm, nachdem ihr da reinkommt, seht ihr auch wieder so einen komischen kleinen Vogeltypen, zwei sogar. Ähm, die euch direkt anstarren. Ihr seht auch zwei merkwürdige Wesen, die ihr, glaube ich, noch nicht kennt, oder? Also diese gräulichen Viecher da ohne Gesicht. Da hattet ihr, glaube ich, noch keinen Check gemacht. Ne, ähm, genau. Aber diese, diese zwei großen Viecher, die scheinen da an den Seelen herum zu hantieren und ignorieren euch auch erstmal. Und, der obere Vogel, also der ganz hinten im, im Gang, er dreht sich direkt zu euch um und sagt euch dann... Äh, was macht ihr denn hier? Haut ab! Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir suchen eine Seele. Das ist toll, aber hier habt ihr nichts zu suchen. Geht raus. Gibt es hier keine Seelen? Keine für euch. Bitte? Kennt ihr vielleicht? Geht sofort, sonst müssen wir Gewalt anwenden. Oh, okay, okay. Machen wir halt einfach mal zu. Ich hätte da eh keine Seele gesehen. Lass mal weitergehen. Das nächste Mal, wenn wir die Tür aufmachen, fetzen wir sofort einen Feuerball rein oder so. Das würde ich lustig finden. Ja, willst du es gleich probieren? Hier ist noch an der Tür. Ich kann's in den Feuerball schießen. Ich? Nein. Aber wenn es dieselbe Tür ist, wenn es dasselbe Raum ist, mach sofort wieder zu. Dann schauen wir weiter rein. Der war doch länglich, der Raum gerade. Das weiß ich nicht. Oh. So, du machst die Tür auf. Auch da ein ähnliches Bild. Jedoch ist dieses Wesen hier nicht am Arbeiten. Seht euch direkt und rennt direkt auf euch zu. Sehr gut. Schnell rein in den Raum. Sonst merken die anderen hier etwas. Feil. Nichts. Ich würde gerne etwas über diese Kreatur herausfinden. Aber gerne doch. Du machst einen Religions-Check. Ich würde gerne... Na ja, doch. Na ja. Nichts. Das reicht nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dann buffe ich uns. Dann mache ich einen ganz normales All-Courage. For free. Noch zwei Actions. Das Vieh kennt mich sicher nicht. Es hat keine Augen. Es hat keine Ohren. Nicht so gute Voraussetzungen für dich, ja. Hm. Könnte schwierig werden, meine Freunde. Deswegen... Jetzt haben wir ein Vieh eigentlich. Hm. So. Okay. Ich habe es so nicht. Hm. Du entfiebelst, okay. Ja. Ich muss sich dort sofort... Also vorher... Vorher Attacken... Greetscher, die... Pass schon, ne? Nice, Junge. Enfibel 2. Ich habe schon ausgezahlt. Barbara. Ich gehe hier hin. Wo ist es? Hier. Okay. Und dann... Mache ich mal einen Barbara-Strike. Trifft er? Sieht auch schon verletzt aus. Nice. Wir schlägen wir nicht. Schrecklich. Es war nicht mein Bester. Das stimmt. So. Er benutzt auch seine Reaktion, weil du ihn getroffen hast. Erste Runde. Moment, nee. Was? Hm. Ja gut, stimmt. Ja, er war noch nicht dran. Das stimmt, ja. Dann machen wir... Einmal A Manned Soul. Er heilt sich um 25. Schreit dann auf. Wie könnt ihr es wagen, diese armen Seelen zu stören? Sie haben doch schon genug Scheiße erlebt. Und dann schlägt er auf Barbara. Du bist auf uns zugerannt. Spaß dir, ey. Töte ihn nicht, Barbara. Versklave ihn. Er kann mich heilen. Einmal pro Runde. 25 HP. Ich kann es versuchen. Ich will fünf von denen haben, die mich herumtragen. Mit seiner geisterhaften Nadel. Macht er dir Schaden und... Und? Wrapp dich. So, und eine Action hat er noch. Dann macht er... Du kriegst nochmal 27. Incorporate Creature, Mann. Es ist kein... Ja, es ist kein Incorporate Creature, oder? Incorporate... Ah, stimmt. Du hast... Das musst du eher gegen Geister. Du hast recht, ja. Dann machst du ihn wieder weg. Jetzt stehren sie auf mich los. Stimmt, das geht ja nur bei... Bei Geistern und so. Haha. Oh oh. Was können sie denn noch? Ah. Okay. Dann machen wir... Stattdessen... Seize Soul. Und du machst einen Athletic Check. Ne, ich mach einen Athletic Check. Gegen deinen Fortitude DC. Okay. Critical Fail. Sehr gut. Nix passiert. Barbara hat keine Seele. Ah doch. Critical Fail. The Grab ends. Du bist nicht mehr grabbed. Next. Lucky. Alarm. Alar go. Äh... Sind sie noch die Fikulturer? Ja. Wirklich? Das ist schlecht. Ähm... Heißt das, wir sind dann nur halb so schnell oder so? Ja. Das sind dann gegen meine Stands. Und bin traurig. Dann gehe ich ihn. Das war's. Das waren dann drei Action. Sehr gut. West. Ähm... Ich schieße einfach mal einen Stein auf das Ding. Ja, trifft doch. Und das wird. Gobi Noe. Du bist dran. Ich stehe ein bisschen nach vorne. Ganz langsam singt wie uns einmal und dann kommt ein fetter Steigenflug. Genau so ist es. Barbara haut. Barbara haut. Barbara töte. Und er reagiert. Er reagiert mit seinem Sudden Stitch. Äh, ich attempte to crapple dich. Wieder ein Fehler. Barbara Dodge. Zu mächtig. Ich bin zu groß einfach. Sehr. Genau. Ähm... Es ist viel wieder dran. Gleiches Spiel wie zuvor. Mändet sich erst mal selbst. Dann greift es dich an. Das ist eine Mini-Molek. Eine Mini-Protektion. Das ist richtig. Das ist richtig. Dann angreifen. Yes. Ja. Ja. Kriegt er auch den Schaden vorgeheilt, oder? Bitte? Kriegt er den Schaden nicht vorgeheilt wird? Ja, aber ist ja egal. Dann greift er an. Wer fehlt? Und halte sich nochmal. Schreit hilfe, hilfe. Der kann sich doch nur einmal in der Rinde heilen, oder? Once per round. Du hast recht. Cheater. Dann, äh... Das machen wir da. Dann noch mal Tag. Schreit hilfe und er greift dann. Das ist wie ein Gott. 44 der Mit-Schaf-Barbera. Und du bist ge-crapped. Alarm. So, jetzt kann ich hier einen Step machen. Zwei Mal angreifen. Und... Das Schwert zerteilt in der Mitte. 50 Damage. Das Wesen geht zu Boden. Im gleichen Moment. Geht neben euch an der Tür auf. Und ich sehe sie nur böse an. Ihr seid die Nächsten. Jetzt bin ich aber nicht mehr gegrappt. Das ist richtig, ja. Ähm... Dann... 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 Dann zippe ich noch hier hin. Wie geht's? Das ist... 41 Damage auf alle haben. Das ist nicht... Auch gegrappt. Das ist was. Und dann probiert ihr das Wesen. Die Seele zu entziehen. Gibt es nichts zu holen? Anscheinend doch. Ähm... Okay, was haben wir alles? Du bist... Paralysiert... ...für eine Runde. Und im Moment zählst du als Incorporeal. Okay. Jetzt hat er es gecheckt. Das heißt, mit seiner letzten Action Shreddet er noch deine Seele. So hast du Athletic-Check gemacht. Mit allerhandenen Steps. Darf ich das? Ist doch Athletic-Check gegen so ein... Fortitude-Check. So, jetzt ist er dran. Oh, geht das auch auf Range? Ja, das kann ja nicht sein. Lustig. Können zwei Leute die gleiche Person grabben? Ja, ne? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Bin ich mir nicht sicher. Also, da bist du schon. Ja, ne? Der eine nimmt den einen Arm, der andere den anderen Arm. Die grabben so eine kleine Fee, man. Nein, 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 nein. Die grabben eben und beide stecken eine Zunge in seinem Ohr. Dann haut auch das Fee auf Alarm. Und? Ja, hatte ich jetzt auch gegrabt. Für dich ändert sich nichts. Aber da du schon in Corporal bist, kann auch der hier Shred Soul machen. Boom, boom, boom. Und mit der letzten Action schmeißt er eine Nadel auf Kubinol. Verfehlt. Hey. 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 Ja, also ich bewege mich einmal noch da. Und dann caste ich ein Boot. Auf den Linken. Den Linken? Äh, den Rechten, der den Allerham geblabbt hat. Ist doch da unten. Also, bei mir ist einer oben, einer unten. Okay, dann. Ich gucke nämlich so andersrum drauf. Äh, dann. Der Obere. Ach so, okay. Ich verstehe. Du guckst quasi von der Stelle deines Charakters aus. Okay, okay, okay. Irgendwie, der ist richtig im Ding, ne? Ja, ich. Krasse. Welp. Oh, schade. Mal schauen, wie ich stehen muss. Ich mehr sehe. Gar nicht. Okay. Hm. Dann. Schwierig, Allah muss umsterben. Das ist difficult. Scheiße. Ich habe so Angst. Allahummein, Allahummein. Allahummein. Der arme Allahum. Da kommt er nach langer Zeit zu seinen Freunden zur Hilfe und jetzt riecht er direkt wieder aufs Maul. Das finde ich geil. Das ist genau dein Ding. Es wird lange immer wieder ein Suf. Endlich immer wieder Suf. Immer wieder Suf. Schwierig. Eine Action. Hast du das zu weit weg? Was ist das? Ich stehe mich da. Ich inspiriere und gehe ein bisschen nach vorne. Barbara wird groß und stark. Barbara ist bei der Courage eintragen. Danke. Barbara, du zerquetscht mich mit deinem fetten Arsch. Aua. Okay, ich gehe weiter weg. Nein, das ist keine Ahnung. Ist doch bequemer. Ja, dann kann ich beide angreifen. Okay, ich greife den oberen noch an. Du triffst. Ja, ist was. Ich kann ganz normal weiter angreifen, auch wenn ich gegrimpt bin. Ja. Ich greife dich offenbar nicht in den Armen, sondern so an der Hüfte. Oder was? Wie schätzen Sie das vor? Denn das heißt, ich mache einen Swipe. Aber ja, gegrimpt ist wirklich so an der Hüfte oder irgendwo an der Kleidung, glaube ich. Swipe. Ja, triff. Es geht jetzt auf beide, ne? Es geht jetzt auf beide, ja. Brem, 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 brem. Was soll ich sagen? Ich finde es für zwei Tecnen, Dings, ja. Dann. Jolo. Verdammt. So. Der. Benutzt jetzt erstmal eine Action, um den Grab auf dich weiter aufrecht zu halten. Macht dann natürlich. Ah, warte, du bist, ah, warte, du warst ja paralysiert, oder? Ja, die Runde. Stimmt. Ja, dann alles zurück, ja. Das ist schade. Genau, ich dachte nämlich gerade dran, weil jetzt bist du nämlich nicht mehr paralysiert. Ja. Das heißt, der muss jetzt wieder deine Seele siezen. Oh, okay. Du bist jetzt paralysiert für zwei Runden. Ja. alle haben es paralysiert, oder was? Ja. Achso, das habe ich nicht gewusst. Ich habe ja gut zu wissen. Sehr, genau. Paralyse für zwei Runden und dann macht er jetzt Shred Soul. 33 Damage. So, das wären auch schon drei Actions. Jetzt ist der drin. Auch der benutzt eine Action, um den Griff auf dich weiter aufrecht zu erhalten. Macht dann Shred Soul. 31 Damage. Schmeißt dann eine Nadel auf Gubinol. Und ja, das war's. Wes? Mit welchem bisschen Schatz konnte ich etwas über diese Dinge wissen? Mit Religion. Okay. Darin bin ich schlecht. Dann benutze ich einen Fokus-Spaunt und aufbauen. Und die Fragen, die vielleicht irgendwas davon wissen. Any non-Law-Spaunt Okay. Also du bist jetzt quasi trained in Religion, ja? 20. Das heißt plus 20, das wären 24. Das reicht nicht. War das jetzt zwei Actions oder eine? Das war eine. Ne, zwei. Stimmt. Du hast das Ding aktiviert und dann in Recall-Knowledge hier gemacht. Also eine Action ist jetzt noch. Wie ist das denn? Ober und an. Ah, okay. Zum ersten Mal hören wir jetzt was ist seine Stimme. Bruder. Ja, stimmt. Jetzt. Das macht das Ganze noch viel gruseliger. Wie hört sich was an? Der hört gar nicht mal einen Schreie an. Hört sich anscheinend an so kalt wie der Tod. Es hat sich für mich auf jeden Fall lustig angehört. Auf jeden Fall schreie ich ganz laut. so. Jetzt hatten wir uns gehört. Okay. Wie eine Banshee. Okay. Hier, mach mal Demoralize. Das ist ein Intimidation-Roll, oder? Genau, also du wählst das Ziel aus. Ganz normal, als würdest du angreifen. Drückst dann auf Demoralize und da ist glaube ich Intimidation dann irgendwo. Und da drückst du auch drauf. Okay. Die lachen dich aus. Ich meine, die haben auch keine Ohren. Die können dich nicht hören. Sie können dich nicht hören. Aber Allahamn kann mich hören. Ich singe dir ein Lied. Denn du bist so versteinern, aber du kannst natürlich nicht hören. Und ich singe dir... Du bist ein Stein, aber auch Steine haben Gefühle. Sie können reden. Sie können denken. Ein Stein in meinem Brett. Ich liebe dich, Allahamn. So, Counteract gegen... Ja, gegen was geht das denn? Gegen wahrscheinlich Athletic DC? Nee. Ach so, was... Ja doch. Ja, genau. Also ich musste ja... Ich musste ja Athletic würfeln gegen Allahamns vor dich durch DC. Ja, aber ich count halt. ich bin ja gar nicht. Du hast dann 10 plus mein Modifier oder was? Ja, nee. Ich würfel das und dann müsstest du glaube ich schauen auf dem Spell-Level oder was das ist oder sowas und dann wird es Es ist halt kein Spell. Ja, ist kein Spell, aber halt was für Level hat das Vieh halt? Darauf kommt es 18. 18 ist der Stadtblock. Wo ist der Stadtblock? 18 38 nicht? Äh, ach so, ja, okay, normaler Level-Based DC dann, okay, äh, dann schaffst du es, ja. The Counter-Rank in der Target, if its Contact-Rank is less than 9, ist es 12. Was im Teufel sind Contact-Rank? This is a Contact-Rank, Contact-Rank. ist es kein Spell, es ist eine Affliction, ja. Wenn es eine Affliction ist, steht dann, äh, Stepblock. The Seem Step-Block. Also schätze ich, es ist ein Success. Ja. Und dann ist Rank oder 10, das ist generell ja auch Spellster. Und dann, würde ich sagen, keine Ahnung. Entweder ist nur eins weg, oder zwei. Vielleicht gar nicht. Ich hab halt, ich hab keine Ahnung, was Counter-Rank ist. Auch wieder viel zu kompliziert gemacht. Aber ich sag einfach mal, du hast einen Success, also klappt's. Und dann ist er kein Stein mehr. Obwohl er gerne ein Stein noch wäre. In diesem tollen Lied. Ich bin stumpt. Dann will ich mich hierhin stellen. Geht das? Äh. Und der Barbar ist Warde. Eigentlich ja nicht, weil Barbar war da steht. Und ich weiß, kann ich mich nicht mehr wegschieben. Das letzte Seem Step-Block. Hilfe. Hilfe. Ja, dann kann ich die nicht heilen. Ich kann nur 10 Fuß laufen, aber nicht. Ich hab 25 Fuß. Die Hälfte sind 12,5. Das heißt, ich kann nur 10 laufen, oder? Bitte. Ich kann nicht rüberwerfen, wenn du willst. Das ist eine hervorragende Idee. Mach das bitte. So oberhalb von Allaham, oder so. Das ist nur ein kleiner Zweck. Das ist nur ein Wist. Er ist doch egal. Komm, ich werfe dich jetzt ab. Bist du ruhig? Ich muss die One-Shotten. Werfe ihn einfach direkt hinter die Gegner, bitte. Äh, Gubi Noe oder Allaham jetzt? Ja, Gubi Noe natürlich. Die Gegner haben deine mächtigen Damage. Was jetzt? Ich hab's jetzt nicht gehört. Die One-Shotte die Gegner mit deinen mächtigen Schaden. Töte ist. Dann hau ich halt drauf. Oh. Oh, scheiße. Töten, du, ey. Ja, der andere lebt doch noch. Der lebt auch noch. Ah, der lebt auch noch. Na, da ist ja klar. Er ist nicht einmal dem Tode nah. Ja, wer muss vor die 2.0 machen, ist aufgarten. Und daneben kriegt 10 Elektrizitätsschaden auch. Das vergesse ich echt immer. Danke, dass du das sagst. Äh, ja, dann versuche ich noch einmal. Aber daneben. Ich bin nicht mehr besteinert. Du wärst es aber gerne. Gubi Noe hat dich befreit. Ja, ja, ja. Mit ihrer Ballade ist dir plötzlich eingefallen. Eigentlich ist dein Herz. Den da unten können wir immer noch. Nicht aus Stein, es ist soft, man. Weil es nichts kostet, machen wir einfach noch einen Swipe. Bam. Ja. Okay, okay. Aber jetzt. Ja, du triffst mich. Ja gut, die Reaktion bringt ja nichts. Du bist ja eh schon gecrabbelt. So. Der, ähm. Benutzt eine Action, damit du weiter gecrabbelt bist. Probiert dann wieder deine Seele zu siezen. Schafft es. Du bist paralysiert für eine Runde. Und dann Shred Soul. Denk an Katrin und bin wie versteinert. Mein Herz tut weh. Ich kriege 41 Damage. So, der obere ist dran. Hm. Der macht Men's Soul. Entscheidet sich nicht, dich zu heilen damit. Sondern nur sie selbst. Schon, Asti. Kannst reagieren, wenn du willst. Ah ja, stimmt. Das war ja. Da war ja es. Du bist das. Bastard. So, du triffst ihn. Ähm. Barbara kann doch auch. Barbara. Barbara, strike. Barbara macht sich keinen Auflauf. Strike. Tja, dann ist es schade. Kann jemand den Strike machen und sie sagt, ihr habt die Erlaubnis. Ja, komm, ich mach. Ich kann nicht. Ich will mal nicht so sein. Damit geht er down. Wes. Also, ich stelle mich neben Barbara. Dadurch kommt er in meine Aura. Ist Frightened 1. Was war gerade? Du hast wen getötet. Also, ich habe wen getötet eigentlich mit dir. Okay, cool. Cool, danke. Nice. Ich bin einverstanden. Und dann caste ich meinen... ...Disintegrated 2. Oh nee, noch einen Ascherhaufen? Diesmal nicht. Und das war das. Ja, aber eigentlich geil, dass die Raben nichts machen. Das finde ich schon cool. Das ist die gleiche Rasse wie der Typ vorne am Empfang. Du weißt vielleicht noch, wie stark der war. Ja, kann der nicht herumdrücken irgendwo irgendwo. Nee, die kümmern sich da um diese Seelen. Gib dem Gehen. Gib dem Gehen. Kann ich sehen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Allaham ist wieder paralysiert. Mit deiner extremen Intelligenz, Gobinoi, verstehst du natürlich, dass immer jemand an diesen Seelen weiter operieren muss. Ansonsten gehen die ganz kaputt. Und deswegen haben jetzt diese weißen Kreaturen aufgehört und die Raben haben das übernommen. Alarm ist noch paralysiert. Na, ist er noch gegräbt vom anderen oder was? Ja. Nicht gegräbt, ja. Eine Action. Zwei Actions. Doktors Visitatione. Stirb, Allaham. Flüstere mir ins Ohr. Du kriegst 3 Damage, Allaham. Tut mir leid. Und jetzt bist du auch immun für einen Tag. Oh. Das ist, das ist blöd. Ja, das ist so blöd. Mhm. Eine Action, zwei Actions. Mit der dritten singe ich uns ein Lied. Die Courage, damit Barbara wieder one-shotten kann. Dann habe ich eine reine Action. Kann ich dich irgendwie... Wenn Barbara den Feind jetzt one-shotet. gifte ich mal im Chat 100 Subs. Barbara, täusche uns nicht. Das ist extra hier vor einem Klick am Anfang. Ja, tatsächlich. Aber soll ich mich denn für irgendwas Wichtigeres aufheben? Schauen wir mal, was du jetzt wiffelst. Wissen wir jetzt schon was über diese Viecher? Nee. Ihr wisst nur, dass die hier anscheinend arbeiten. Ich hasse arbeitende Leute. Was hat denn nur ein normaler Hit? Du hast ja noch zwei Züge. Zwei Actions. Einen habe ich noch. Mit minus 10. Nexone. Ich bring dich halt mal an, ey. Ich bin paralysiert. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr paralysiert. Das ist... Wie, der ist tot. Das ist richtig. Er spendet eine Action, um dich weiterhin zu grabben. Alles, was sie wollen, ist eine Umarmung. Ich gebe sie ihnen nicht. Jawohl. Was zur Hölle? Du bist für zwei Runden paralysiert. Und kriegst 30 Schaden. Wes? Ich nehme mir so einen Stachel, der mir rumschwirrt. Und das Ding vorhin auf die Lunge geworfen hat. Oh, knapp. Oh, ja. Einen Action hast du noch? Nein. Ich gebe ab. Keine Sorge, Allaham. Ich lege dich dann auf den Operationstisch und werde dich wieder zusammenflicken. Stirb. Wollten wir nicht leben lassen? Nein, ich bin verstandet. Stimmt eigentlich, ich hätte die wirklich gerne als Sklaven. Die wirklich so herumtragen und mich jede Runde dann heilen. 25 mal 5, weil ich 5 Sklaven habe. Das wäre echt schön, wenn wir nochmal zwei Schritte zurück sind. Barbara, nein. Barbara, ja. Hauptsache, der hat jetzt getroffen. Aber Barbara lebt noch, Barbara, nein. Aber er kann doch escape haben. Ja, ja. Er kann doch escape haben, stimmt das? Physical body, ja, dann checks to escape. Er ist faken. Er steckt da, oder? Er ist faken. Er steckt da, oder? Ja. Die Seele kann nicht attackieren, nicht spells. Was ist denn escape? Er ist kräpt und so rauskommen. Achso, aus dem kräpt rauskommen, ja. Okay, stimmt, ja. Du kannst mal probieren, ob du escapen kannst. Akrobatik oder Athletik oder unambi-technisch. Das war die Falle. 40, so. Und das war? Äh. Das hat mir gesagt 38, ne? Ja. Dann klopst, da hast du dich befreit. Die Seele fahrt zurück in den Körper, aber auch. Ich frage, ob er jetzt noch was machen kann. Hm. Obwohl es eine Hacktion hat. Und noch zwei Hacktions hat sich. Ich frage, dass es zu ist. Egal. Boah. Ich sag mal, du bist jetzt frei. Dann. Versuche ich ihm mit dem. Äh. Knauf meines Schwerts. Okay. Mit dem Knauf meines Schwerts. Bewusstlos zu schlagen. Tja, ich dachte, das ist ja einfach anders alles. Geh in mein Schwert! Bewusstlos schlagen gibt dir minus zwei auf die Tag. Das weißt du, oder? Dreh ich ihn noch nicht immer noch. Drehst du? Ja, aber. Wäre wohl dann. Musst du halt vorher ankündigen hier. Zu spät. Tot. Ne, ist ja gar nicht tot. Schade. Schade. Dich nehme ich noch mit. 53 Damage of Alarm. Kannst es versuchen, aber es wird nicht klappen. Du bist gegrabt. Das wird nicht klappen, sagt er. Bist du dir sicher? Bring it. Oh. Pah. Eine Runde. Eine Runde paralysiert. So, eine Action habe ich noch. Und ich mache Schwerts. Dann gehe ich nicht zu Boden, denn... dieses... Was ein Hero, Mann. Ist er echt Incorporeal, der alle haben? Ja. Weil er mich grabbt. Ich gehe zu Boden, aber das triggert hier. Ja. Er wird Incorporeal, wenn er gegrabt wird von dem Vieh. Was? Also mit dem Seesaw. Okay. Und es fällt mir nichts ab. Er ist einfach untötbar. Alter. Aber du hast doch einen HP. Ja. Ich weiß nicht, warum es mich jetzt... Ja. Du hast ja die HP abgezogen. Gib dir wieder einen dazu. Apply, Healing, Man und EFT. So. Und das heißt ja, dass Num2Death auch noch nicht getriggert hat, oder? Jetzt habe ich noch mal Nullab. Ich triggere automatisch. Ja, würde auch sagen. Doch. Jetzt habe ich halt keine Wundercondition. Ja, aber du bist ja gar nicht gestorben, oder? Da steht, you would be reduced to zero. Und statt Destin triggst du halt ein... Also du gehst alles dafür. Du gehst erst gar nicht auf null HP, sondern du bleibst bei einem HP. Dadurch triggert auch dein Num2Death nicht. Und deswegen entferne ich dir jetzt auch diesen Debuff. Mit Num2Death used. Dann kannst du den heute nämlich noch benutzen. Ja, das ist automatisch. Perfekt. Weil das ist automatisch gekommen. Das verstehe ich nicht ganz. Weil du auf null eingetragen hattest. Achso. Äh, der berechnet halt nicht dieses, äh, unkillable. Ja, ja. Ja. Ja, das muss ich halt einfach schon da halten. Das muss man Manuel machen, ja. 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 Okay. Ähm. Ja. Dann guckt er ganz verdutzt. So, what the fuck. Und Wes ist dran. Hallo, Sarah. Hallo. Hast du noch nicht allzu viel verpasst? Ja, dann sechs Runden fällt. Ich nehme einen Raum. Und einen Raum mehr. Und ich brauche das auf das Ding. 35 Damage. Das viel geht down. Kampf ist vorbei. Ja. Scheiße. Lasst uns einfach zufrieden. Wir machen hier unsere Arbeit. Okay, dann, dann. Wir lassen euch in Ruhe. Und ihr lasst uns einfach machen, was wir hier tun wollen. Was passiert? Ah ja. Ich geh zu einem Raben hin. Nehm seinen Kopf und tack. Brechen den Hals. Mach mal anarmt Attack. Kleiner Wichser, du. Kleiner Wichser, du. Kleiner Wichser, du. Kleiner Wichser, du. Ja, gut. Barbara. Du musst alle Hammer auf den Operationstisch legen. Und ich schmeiß so die Seele runter. Ich schmeiß nicht so weg. Du machst ihm, ähm, null Damage. Du machst ihm, ähm. Null Damage. Okay. 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 Ja, ihr habt es ihnen gezeigt, den Level 1 Viechern. Gut gemacht. Aber ich lege alle Hammer auf den Operationstisch. Wie gesagt, ich wische so die Seele weg. Ich schmeiß ihn dort auf. Perfekt. Sehr gut. Bam. Wie. Wie. Jeder, der geheilt werden will, legt sich neben Alham. 10 Minuten. Ja, warum nicht? Der falsche Tisch ist okay da. Ich muss nur mal kurz auf K, sorry. 20 Minuten. Äh, halt. 30. Nein, halt. Nein, halt. Okay. Äh, ich erlaub dir 10 Minuten, ja? Also einmal dürft ihr euch heilen. Danach passiert aber was. Weil ihr hier so viel Chaos veranstaltet. Und jetzt. Upsi Alham. Musst du dir rückgängig machen. Die 85. Die 80 kannst du nehmen, oder? Ich muss nachzeichnen dann. Nein, okay. Spürst du nicht, wie ich in dir rumbohre? Ich weiß nicht, ob ich immer noch versteinert bin, oder nicht. Nein. Schwer zu sagen. 10 Minuten noch nicht. Bist doch nicht mehr trapped. Das fühlt sich vielleicht so an. Fühle dich gedrückt. Was passiert? Was passiert? Leute angeholt haben hier. Und die Tür hier geht auf. Oh mein Gott. Und ein neuer Kampf geht los. Wäsche Tür wird. Wäsche Tür wird. Wir würfeln für Adi oder wir wissen nicht, ziehen ihn raus, genau. Soll ich ihn nochmal... Ja, ich würfe für ihn und dann... Natürlich... War klar. Warte, ich hab jetzt Stealth gerollt, ist ja Quatsch. Geschieder. Der am nächsten zu mir ist, der ist Frightened 1. So, jetzt stimmt's. Einmal Frightened 1, jawohl. Gubi Noe ist dran. Du merkst, dass Barbara irgendwas gesichtet hat und irgendwas erschreckt. Ja, ich weiß genau, was sofort abgeht. Man sieht instant die immer richtigen Speyer-Heroics. In dem Fat and Fail. Das heißt, es ist wie immer mal... Es ist immer failed. So, immer. Luktus 1. Barbara! Töte sie! Ich seh wieder nichts. Ich geh in 10 Spiele noch voran. Ich seh... Uff! Jetzt seh ich 3 Leute. Meine Fresse. Meine Fresse. Barbara sind's nur 3 oder sind das mehr? Sieht nach 4 mindestens so aus. Scheiße, Barbara. Wieso? Aber... Ich weiß nichts. Ich kann nicht so gut zählen. Ich kann nicht lesen. Ich kann auch nicht zählen. Nicht mal den Finger. Ja. Naja, warte. Naja, warte. Naja, wenn ich mich so hinstelle. Perfekt. Das ist es. So, dann stelle ich mich halt da hin. Und was mache ich jetzt? Das, hm? Das da. Das ist nämlich auch lustig. Das kann man sustainen. Cool. Ich mach das halt mal wirklich, ja. Ist mir egal. Jetzt bin ich da. What the fuck is that love? Ich singe ihnen ein Lied. Was sie einfach nicht verstehen. Was sie keine Ahnung haben von Kunst. Musik. Mein Penis. Der ist groß. Manchmal klein, manchmal groß. Manchmal hart, manchmal weich. Lalalala. Gubino hat nen Penis. Halt die Fresse. Ich hab wenigstens einen und du nicht. Ja, woher steht die. Ja, blablabla. Naja, die Fail müssen 1D4. Und der der SuccessFact Critical. Ja, der Ficksermann. Welcher ist der Immune? Die Hopeful unten links. Aber alle anderen 3 müssen die Rufeln. 1D4 und der Troll Table. Fight, Confused, Confused. Und das kann ich sustainen. Jede Runde. Auf geht's. Jetzt ist es. RASCHT RINKEN. Nein, überlege dir zuerst, wenn du ihn angreifst, bitte. Wieso? Weil der Confused ist. Und wenn der Confused ist, und du machst ihm Schaden, dann kann er würfeln und dann kommt er vielleicht raus. Zu spät? Bitter, Barbara. Barbara! Barbara deck nicht, Barbara attackiert. Das ist echt so. Boah! Aber muss er nicht was würfeln? Das ist wirklich was du willst. Ich hab's nicht so gut gemacht. Nee, das ist ja so. So. Der ist stupefied. Hm. Kannst du dich zu schlimm bedienen, oder? Nö. Cast a Dimension, du. Dann muss er doch den Base-Excheck dann schaffen, oder? Weil Stupified ist. Und ich seh nicht, ob er daneben steht, aber es ist eine Manipulated Action. Also da ist nicht... ...gewürfelt hat? Schaut nicht. Ja, eigentlich müsste ich ihn doch... Any time we attempt to cast a Spell, weil Stupified, der Spell ist Disrupted anlässlich, sag sie, der DC 0 Flat Check auf der DC equal to 5 plus der Stupid Value. Das heißt, einen neuen Flat Check musst du das schaffen, oder nicht? Da steht eigentlich nicht, das ist ein Spell, also... Das hört mich sehr wohl an. Ja, stimmt eigentlich. Ja, weißt du denn eigentlich nur, wenn du, wenn du, äh, ein Tech-Roll machst, ne? Spell. Tech-Roll, glaub ich. Du musst es, weil du immer. Das wird eingetragen. Okay, er schafft es aber. Barbara kann angreifen. Das ist die erste Runde, also ne? Ah, stimmt. Das hier war aber schon dran, doch sie. Ach, stimmt, ja. Barbara Strick. Wenn ich jetzt von hier aus eingreife, dann wird es doch, äh, daneben gehen, oder? Nein, wieso? Weil ich ja nicht daneben stehe. So, dann kommt er da raus. Und? Na, das sind zwei Actions. Okay, dann greifst du dich um. Und verfehlt. Ne gute Idee, die er da hatte, aber... Ist für Leon auch alles difficulteriert, oder nicht? Ja. Achso, Leon weiß das noch gar nicht. Leon, äh, für euch ist alles difficulteriert. Okay, okay. Kannst du wissen? Hilfe! Meine Exploration-Activity habt ihr nicht geändert. Also ich mach immer noch Repeat the Spell, ja? Also mein... Booster at the launch. Das war, was der Scheiß. Okay, dann... Dann eher sectional love. Das sind also 20. Der ist confused, jünger und der auch jünger. Weiß ich, das weiß ich alles nicht. Muss ich noch eine Action verwenden? Und von hier schlage ich zu. Auf den, der am schlimmsten ausschaut. Auf den da. Der lebt noch. Die ist die Elf. Dann... Flat check 2... 1... Fortitude save, sonst es load. 11 Flat check kann er würfeln, deine Bitch. Da ist der Typ da. Dann ist er nicht mehr confused. Stimmt. Und... Man... Solche Spells darf ich bei euch nie machen. Ich... Traurig. Ich habe ja nicht gesehen, was dort passiert. Ich war ja direkt ums Eck. So und mit der letzten Action... Ob ich Guidance auf... Alle haben. Ich glaube, wir haben was. Der arme. Ist dort ein halbes Jahr, bis er da ankommt. Wieso? Da oben ist doch ein Gegner. Ernsthaft. Hilf mir. Hilf mir. Sehr. Sie ist confused. Würfel, Junge. Rennt es. Sie ist in der Tat confused. 1D4. 1D4. Ich muss erstmal überlegen, was ich mache, ne? Die kann Cantrips und normale Attacks, ne? Wo steht da? B-b-b-bl-blain. F-b-b-blain. 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 Okay. How are the offensive countries? Ja. Oh je, okay, warte. Also, ich habe die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4 Leute zu treffen. So in die 4. Ich zähle von unten links nach oben rechts. Nein. Das wäre dann Noel. Give it to me, baby. Haha. Er fehlt natürlich. So. Dann Barbara. Oh, wird ernsthaft getroffen. Krass, okay. Letztlich Damage. Und zu guter Letzt. Ihre Schwester. Er fehlt. Alarm. Endlich. Aragons Guard. Ich sehe bei Gugino einen Feind. Danke. Verdammt. Ich bin noch ganz steif. Gugino, versteck dich hinter mir. Wer ist das drin? Ich laufe erstmal einen Schritt runter. Und dann... Ich laufe erstmal einen Schritt runter. Und dann... Bei Success fährt es auf, oder? Oder bei Crit. Ah, Crit. Okay. Boom. Ein Kill. Und er zerplatzt vor Elektrizität. Und Kopf explodiert. Ja, es riecht plötzlich so richtig ekelhaft nach... ...gegrilltem. Er vibriert so, weil es sich alles in so einen Kopf zu kassen. Sie castet. Ne, sie läuft erstmal. Sie macht erstmal einen Step zur Seite. Und dann... ...castet sie. Spirit Blast of Null. Und dann... ...castet sie. Easy. I don't care. Guginoe. Und dann... ...castet sie. ... 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 So, sorry. Ah, da bist du. Okay. Ich sustain. Umsonst. Das heißt, die müssen jetzt nochmal würfeln, die drei. Kriegen sie einen anderen Effekt. Nicht. Ah, erstmal noch Wohlstand. Ne, du musst, ja. So, die erste hat gewählt eine 4. Dann, äh, line it. Was ist mit dem? Bei mir? Stimmt, da ist auch noch eine. Hm? Dann inspiriere ich uns. 2 auf Courage. Okay, ich zieh einen Schritt weg. Jawohl, ne. Okay, ich zieh einen Schritt weg. Dann macht er Attack of Opportunity. Oh, shit. Ich zieh einen Schritt weg. Ich zieh einen Schritt weg. Oh. Ja. Die dritte sind, die dritte sind. Ja. Kastisch auf den da oben sind es für T-Shirt. Bombe! Stunt 1 für eine Minute. Obwohl die war, ne? Let's check each time this concentration. Genau, Clumsy 3. Minus 10 foot penalty. Also genau, für eine Minute ist Clumsy 3. Und wir müssen den Flatcheck machen, nur wenn er konzentriert ist. Gibt es was? Barb. Barbara strike. Barbara haut zu. Barbara trifft. Barbara miss. Ja, der, ne? Hm. Der ist richtig dumm. Der ist richtig dumm, ja. Aber nicht dumm genug. Das er nicht seine Reaping Scythe nutzt. Ja. Jetzt hat genau der gewürfelt, der nicht drin ist. Also drin sind Gobi Noe, Barbara und Noe. Achso, ich habe gedacht, du wirst sie zu nehmen. Weil ich gesagt habe, dass er dumm ist. Hier ist der Schaden. Letzte Action verfehlt der Alaham. Barbara hat immer noch Physical 14 Resistance eingetragen. War das nicht wegen U-Boom? Ah ja, oh, Entschuldigung. Das stimmt, das sollte eigentlich nicht mehr da sein. Das habe ich voll vergessen, es tut mir voll leid. Warte, ich mache nochmal. Einfach nochmal auf Damage drücken. Ja. Das war jetzt voll gecheatet von mir die ganze Zeit. Sorry. So, ich schlage den unter mir. Mit Null natürlich. Dann schlage ich ihn zu Boden. Oder weißt was? Ich muss kurz schauen, ob der Nocta womit verfolgen muss. The last action was a strike. Okay. Kann ich nicht davor noch demoralizen. Das heißt, ich mache das mal. Ich schlage ihn zu Boden. Ich denke, dass ich versuche. Das klappt bestimmt. Da hast du recht. Mit einem Kracher fliegt es hier auf die Schnauze und kriegt nochmal vier Schaden. Und mit der letzten action steppe ich einfach da. Du musst sie confused wegmachen, sonst ist sie schwächer, oder? Confused wegmachen wegen was? Die hat mir re-rollt und die hat einen Success. Das heißt, diese Runde hat sie keine Affliction. Achso, das geht dann weg davon. Achso, das geht dann weg davon, okay. Das ist immer nur eine Runde und du musst jede Runde würfeln. Achso, okay. Das heißt, der eine ist blinded und der andere ist nicht mehr Stupified. Vier und sowas. Zwei hat einen Success und der eine blinded. Lauf ich hier noch her. Geiler Spiel, hm? Ja, lustig, ja. Ja, dann. Hm. Sie verfehlt erstmal Null. Save uns. Wieso? Wir brauchen den Hilfen nicht weg. Dann probiert sie aufzustehen. Dann versuche ich sie zu schlagen, nicht weg. Barbara kill! Plus zwei auf eurer Attacken. Was soll das? Wieso machst du Courage bis eins? Ich dachte, es war eine normale Courage. Plus zwei, Barbara auch. Plus zwei. Okay. Gut, sie wird eh keine 34 haben. Ja, macht halt einen Schaden mehr, einen Schaden. Kann man das zweimal haben? Nee. Versetzt es halt. Es geht ja auch nur eine Runde immer. Achso. Achso. Ich sage, es gibt länger. Achso. Ficke sie. Weitgekommen seid ihr nicht. Ich sehe euch ja schon. Das war nicht schon, ne? Barbara Angriff. Barbara Angriff. Barbara Angriff. Barbara Angriff. Ja, wieso denn? Barbara Angriff. Barbara Angriff. Du musst nicht. Okay, dann. Barbara Angriff. Aber ist sie aufgestanden? Sie steht halt auf, du kannst dich anzurechnen. So ist sie aufgestanden. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber Angriff. Aber Angriff! Bitteschön. Danke. Rage plus 8 sind Schaden. Kann man eigentlich irgendwas machen, damit man öfter crittet? Mehr Hits. Also es gibt kein Item oder kein Feed oder so, das einem helfen könnte. Ein Crit ist ja einfach nur, wenn du 10 über dem AC rollst. Oder ein Item, das die Crit-Grenze niedriger macht. Ja, das will ich gerade sagen. Es gibt eine Rune, die hatten wir auch schon. Die wird sicher keiner einbauen. Dann kannst du dann statt deiner 20, Crit ist aber der 19. Haben wir die noch? Aber gegen die meisten Gegner, Crit ist der Ebene 19. Nur gegen die sehr starken nicht. Er ist auch off guard. Und der Elektrizitätsschaden springt noch über, weil es ein Crit war von... Alter! Alter! Komm, drittes Mal. Was?! Jetzt, wo keiner hinguckt, geht er richtig ab. Ich entwickle nicht. Nein, die rune haben wir doch nicht. Jeder konzentriert sich woanders hin. Im Hintergrund, keiner sieht das, aber Allaham zerstört dieses Wesen. Danke, Allaham. Danke. Bist du einfach mein Protektor. Ah doch, Gubbinoy sieht's ja. Stimmt, ist er doch. Wie mein Stein. Ist halt so dumm mit den Leichen. Ist halt so dumm mit den Leichen. Ist halt so dumm. Na gut. Ist blind. Weiß nicht, was vorher abgeht. Deswegen macht sie ein 3-Action-Heal. Alle in der Reichweite von 30 Fuß, die untot sind, machen einen Forti-To-C. Einen pur schweren. Ja. Sogar wessschaftskritisch. Leonardo? Achso, shit. Okay. Halte sie sich damit dann nicht selbst. Weil er 3-Action-Heal funktioniert. Achso, ist sie untot? Ne. Weil du hast ausgewählt Heal vs Undead. Vielleicht ist er. Ja, ja. Weil ich euch ja damit auch treffen will. Dann klickt noch einmal und mach halt nicht gegen andere jetzt so ein normales. Reihende vielleicht. Ne, ich trag's einfach so ein. Weil es ja dasselbe wird, ja. Geh es nicht. Ja. Ja, ja. Hm. Da ist der unten. Die Toten lasse ich jetzt einfach mal tot. So sie muss wieder rollen eigentlich, tauste die wieder, confused, plus 1, nein ich kann rufen und ich gehe ein bisschen nach vorne Geh hin und schlag drauf Okay, dann gehe ich nur hin, schätze ich Du hast es versucht, wenn sie etwas zählt So, Leon schaut sie jetzt blind, oder nein ist sie nicht mehr Das heißt, ich schaue sie böse an, sie hat voll Angst Dann, weil ich ein lebendes Ziel einmal habe, reine ich ihr live aus ihr heraus Er schlägt auf sie zu und wenn ich treffe, mache ich Schaden und Fortitude safe Oh ja Es steht halt nicht was für ein DC, aber ich nehme an Es wäre, wo ist es denn? Wo ist denn ein Clash DC, also das hat er gar nicht Vielleicht bei Caster, Spell DC wäre 34 Ah, ja 34, genau, steht hier drin Aber das ist von der Rune der 34er, aber das wäre auch bei dem Okay, schafft ihr beide Dann ist es ein normaler Success, das heißt Drains enough life force to satisfy itself Negative damage equal to half your level, das heißt 9 negative damage Und Drained 1 Und ich kriege temporary hit points je nach level des Gegners Wie viel hat das? 15 Wow Das waren aber zwei Actions Dann hätte ich nur noch eine Den mache ich, hoffentlich nicht Sie kriegt also 9 negativen Schaden 9 negative, ja Und den ganzen Schebang vom Crit zurück, was du eh gemacht, ja Fertig Lass es über ihrem Kopf gewittern Versuche sie mit einem Blitz zu drücken Das steht noch Ja, das war's Sie attackiert Barbara Jawohl, damage Weil sie so groß ist über Noels Kopf hinweg mit dem Bow Staff Ja, sie ist ja AFK Dann Noel Ja, weil sie kann Flatjack machen, damit sie nicht mehr confused ist, woher sie getroffen fallen hat Von einem Spell Von einem Spell Ach stimmt Von einem Spell Von einem Spell Ja, ja Ich bin einfach Flitchack Aber sie ist ja nicht confused Oder? Also sie hat den Effekt nicht aber Ja Ah, das ist ja Alles klar ist das, ist das confused, ok Barbara ist auch confused Ok, ist das weiter confused? Nein, Giants Statue hat dieselbe Ability to be confused. Wow. Geht's ab, bitte. Komm, ich glaube wir müssen sie nicht neu ausrollen, dass sie einen Effekt hat, ne? Killen sie jetzt einfach. Genau so. Gib mir den Kill, 62 Schaden. Jawoll. Da hast du ihn. Kopie, neu. Die kommen wie? Weiß ich nicht. Kakerlaken. Zu jeder Ecke. Gut, dass du da bist, wieder Noelle. Unglaublich. Wir müssen uns eigentlich wieder heilen, aber wenn wir mehr als einmal heilen, können wir wieder tausend Gegner. Vielleicht heilen wir noch einmal und gehen weiter? Sagt ihr. Ok. Hoffen wir zehn Minuten reichen. Uff. Oguns Death Check. Ja. Das ist gerade so geschafft. Sind da oben wirklich noch Gegner? Ja. 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 Jawohl. Wir haben nicht gecheckt, dass ihr gekippt habt. Ich glaube einfach vorbei. Sind nicht mehr. Jo. Zehn Minuten. Ich kann nicht heilen, was du machst. Was du machst. Ihr wisst schon, dass dort oben in dem Raum noch Feinde sind. Natürlich. Wollten wir mal weiter gehen. Kurze Zusammenfassung für dich. Die waren erst unten in so einem Raum. Haben einen magischen Kreis gefunden. Haben da irgendwie mit Seelenohren rumgespielt. Haben festgestellt, okay, wenn man die vorbei kippt, dann werden die zu irgendwelchen kaputten Seelen. Wenn man die in den Kreis kippt, werden sie zu irgendwelchen Wandteppich-ähnlichen Konstrukten, wo man ihre Erinnerungen lesen kann. Und ansonsten haben sie eigentlich nur da oben die Operationsräume gekillt. Was wird da operiert? Na, an den Seelen. Ogun. Der eigentlich herausgefunden und Newell. Leon. Wo diese eine Seelen ist. Ich hab den Code. Wie lautet der Code? 372 956 97723 Ja. Sehr gut. Dann lasst uns weiter gehen. Kann nicht. Oder wollen wir probieren zu heilen, aber dann kommen wieder Gegner. Ich glaub, das ist eine schlechte Idee. Barbara, da ist eine Tür. Tür. Hier. Hier. Kommt alle her. Sofort. Aber ich trink auch noch. Lass mich noch in meine Stands gehen. Bevor wir weiter gehen, kaste ich noch diesen Spellout mit. E-Tech. E-Tech. Alarm. Was ist? Tech ist es. Okay. Ja, du spürst Magie. Von links. Also die Tür hat nichts. Also die Tür hat nichts. Ne. Ich spüre Linke Hand Magie. Die. Seh ich auch schon welche Stufe oder irgendwas. Gibt's eh eine Kompensation dafür, dass ich die Schule nicht mehr krieg? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Das ist so dick. Den Five-Foot-Cube brauche ich aber. Ach so. Da links. Ich zeige dort nach hinten. Da. Von. Auf dieses links. Ich dachte du meintest das andere. Ich auch. Gehen wir. Tür auf. Ich mach jetzt auf. Du machst auf und ihr seht vor euch. Ähm. Wände mit riesigen Regalen. Und anscheinend sind hier. In der Mitte seht ihr auch Säulen, wo auch Regale so drum herum gebaut sind. Und überall liegen unzählige Seelenurnen drin. In verschiedenen Zuständen. Ähm. Die Decke ragt in eine unmögliche Höhe hinauf. Und ähm. Drei leuchtend blaue Kometen kreisen in der Kammer weit über dem Boden. Barbara geht rein. Du siehst. So ein bisschen weiter im Norden. Eine Figur. Eine Frau. Die anscheinend wie so eine Art Schneckenhaus auf dem Rücken trägt. So sieht sie aus. Und sie dreht sich um. Nimmt dich wahr. Und. Du siehst wie sich diese drei blauen Kometen rot färben. Die Frau schaut dich bisher nur an. Was würdest du tun? Ich sage Hallo. Hm. Schau sie an. Hallo. Hm. So wen wie euch. Normalerweise seid ihr hier nicht willkommen. Hm. Ja. Da sind noch Freunde hinter dir oder? Du bist nicht alleine. Hallo. Gubi Noah geh vor. Ich kann nicht reden. Hallo. Altes hässliches Weib. Was soll das? Glaubst du wer du bist Kleines? Kennt ihr mich nicht? Nein. Schaut doch mal genau hin. Kennt ihr mich nicht? Nein. Schaut doch mal genau hin. Schaut doch mal einen. Einen Society Check. Nein. Ihr kennt mich. Nie gehört. Schade. Wie auch immer. Suche eine Seele. Gebt uns die Seele. Dann könnt ihr vielleicht leben. Oder vielleicht auch nicht. Aber dann habt ihr wenigstens eine 50-50 Schande. Hm. Mehr wollen wir nicht. Was wollt ihr mit der Seele? Wir wollen einen Verräter in unseren Kreisen vernichtern. Dafür brauchen wir die Seele um Informationen zu bekommen. Ah. Mehr brauchst du nicht wissen. Ah. Dann gebt uns die Seele von Nummer. Ugo. Nicht so schnell. Nicht so schnell meine Liebe. Okay. Ich merke ihr seid nicht wie die anderen. Wie diese Ganoven die meine Schützlinge hier kaputt machen wollen. Hm. Er stützt sich so ein bisschen nach vorne auf ihren Stab. Um sich so ein bisschen, ne. Petzt die Augen so ein bisschen zu, um euch genauer zu sehen so. Hm. Und doch. Du da. Großer Mann. Stopp. Keinen Schritt weiter. Hey. Hey. Wer. Wer. Wer ist groß? Wir sind alle klein. Wir sind alle mit. Dieser Muskel-Heini da. Was machst du nicht? Irgendwie ein Buddy-Builder oder was? Und er bleibt stehen. Schaut aber finster. Okay. Moment. Wir müssen ja... Alle mit der Ruhe hier. Wir müssen uns ja nicht hier, ne. Wir wollen gehen. Wir wollen hier schnell wieder raus. Hier ist es hässlich. Irgendwann ist die Scheiße an. Wir gucken mal wo das hinführt, ja. Hm. Also ihr seid nicht hier um irgendwelche Seelen zu fressen oder so, ja. Ja. Verstehe ich das richtig. Die sind ja nicht mal aus Ektoplasma, wie ich gesehen habe. Ich wollte eines aufsaugen, Mann, um zu kosten wie sie schmeckt. Aber es ging nicht. Also neigen. Also das Fleisch. Sollte die auch nicht tun. Das ist... Die armen Dinger, die haben schon genug gelitten. Ist mir scheißegal. Aber dann erzählt mir mal. Was soll das? Also was genau... Was genau treibt ihr hier? Warum seid ihr hier? Warum wollt ihr eine Seele haben? Wer bist du eigentlich? Ich bin die Matron Ultrula. Ich bin hier für das ganze Ding hier zuständig. Ich habe euch schon gesagt, wieso wir hier sind. Wir brauchen die Seele. Diese Seele hat Informationen, die wir benötigen, um einen Verräter in unseren eigenen Kreisen aus... Hm. So ist das Problem. Interessant. Gebt uns die Seele. Und? Gebt uns die Seele. Gebt uns die Seele. Und? Gebt uns die Seele weg. Ciao. Wer ist das, den ihr da aufhalten wollt? Zerstören wollt? Die rechte Hand von Gib persönlich. Einen Verräter. Wie heißt er? Kim Nebi. Richtig. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah, Narrakas ist mir endlich wohlgesonnen. Ich wusste doch, wir können uns irgendwie einigen. Hm. Kim Nebi hat mehr Seelen in mein Lager geschickt, als... Jeder andere Ganove, müsst ihr wissen, seit Anbeginn der Zeit. Sein Tod wird eine Kaskade von Seelenfragmenten auslösen, die den Friedhof hier überfluten und zu ihren wahren Besitzern zurückkehren. Das käme mir wirklich gelegen. Tausende von Seelen hier, die sich in meiner Obhut befinden, werden wiederhergestellt werden und endlich heil genug sein, um gerichtet zu werden von Pharasma. Ja, Kim Nebi muss sterben. Gebt uns die Seele, gebt uns euren Stab und dann wieder sterben. Was? Steht aus Stab, by the way. Die Laterne, die ihr habt. Naja, das ist für ein Schneckenauss vorbei. Warum wollen wir nicht hier? Irgend drüber nach, ich bin die Einzige, die weiß, wo hier die Dinger genau angeordnet sind. Wir haben die Nummer, wir haben den Namen. Ja, meine Gute. Siehst du, wie viele hier sind? Wie du die alle durchsucht hast? Und ihr Leute wie ihr, ihr habt doch bestimmt nicht viel Zeit, oder? Na also, warum denn so feindseelig hier? Wir wollen doch das Gleiche. Ist doch alles gut. Ja, dann beeilt euch. Ich helfe euch. Also wenn ihr wirklich hier, Kim Nebi, dann sind wir hier. Wir kommen ins Geschäft auf jeden Fall. Ja, dann warten wir hier. So, wen habt ihr gesucht? Baldi? Baldi, ja. Sag die Nummer auch gleich dazu. Dann geht's noch schneller. Ja, das wäre super. Da muss ich nicht selbst nachgucken. 3, 7, 2, 9, 5, 6, 9, 7, 7, 2, 3. Wie lange braucht ihr, glaubt ihr? Zehn Minuten? Kann ich dazwischen heilen? Das ist ja praktisch. Ja, klar. Das ist kein Ding. Dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ihr müsstet mir nur eines versprechen, ja? Ich geb euch die Seele gerne mit. Und, naja, eigentlich gibt's zwei Bedingungen. Die erste ist, ihr vernichtet Kim Nebi auch wirklich. Die zweite ist, ihr gebt Baldis Seele auch wieder frei, wenn ihr mit ihr fertig seid, okay? Der Junge hat genug gelitten, ja? Er verdient Frieden. Wäre das in Ordnung? Tja, das können wir nicht entscheiden. Das muss die Seele machen. Könnte man denn sonst mit seiner Seele machen? Naja, sie peinigen, sie aufästen, was weiß ich, was die Schufte da mit den ganzen Dingern anstellen. Gebt auch die Seele. Ja, ja, wir machen das schon. Ich zwingere Kopino jetzt so. Okay. Ich verspreche gar nichts. Dann wartet mal kurz, ich hab das gleich. Versucht ihr gerne eure Wunden. 68 HP, jeder der will. So, meine Guten. Da ist sie auch schon. Supi. Ich schuld mir die, ist das okay? Ja, meine Liebe, du siehst aber auch. Oh, ich merke, du hast viel Schlimmes mitgemacht. Ja, dafür werde ich mich auch rächen. Rache! Du armes kleines Kind. Wer hat dir das angetan? Die Samenströms. Wisst ihr vielleicht, wo die restlichen Samenströms sind? Nein, aber ich hab schon, ich hab schon einige von denen, hab ich hier aufgenommen, ja. Okay, der vielleicht Lars Samenström. Natürlich auch dann die Seelen wieder geflickt, ja. Und dann wurden die gerichtet. Und das waren ganz Schlimme. Das waren ganz Schlimme. Dieser Lars. Lars Samenström. Oh, das, oh, ein schrecklicher Mensch. Er wurde gerichtet. So vielen hat er was Schlimmes getan. Oh Gott. Wo finde ich seine Seele? Ich will ihn quälen. Ja, die ist schon, die ist schon längst gerichtet von Verrössern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich brennt er jetzt in irgendwelchen Höllen. Sehr schön, das gefällt mir. Oh, ach ja. Beeilt euch besser, wenn ihr hier entkommen wollt. Nicht, dass der, 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 der Richter Al-Krasal noch auftaucht. Der wird euch wahrscheinlich nicht so leicht wieder weglassen. Hat der vielleicht teure Items bei sich? Äh, er ist nicht wirklich, äh. Liebend. Ja, das schon, aber er ist nicht wirklich, er ist kein Humanoider. Könnt ihr euch eher vorstellen, wie einen riesigen Vogel oder so. Je, wiederwärtig. Was ist hinter dieser Tür da? Mein Büro, da habt ihr nichts zu suchen. Ist das so ein Schattenvogel? Schattenvogel, nein, nein, nein. Ist auch ein Psychopomp, aber... Riesig und Vogelherrlich. Ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt hier gehen, ich fühle mich nicht wohl hier. Ich hab' ihn noch nie probiert. Ich hab' auch... Keine Lust darauf. Kommt, lasst uns gehen. Fühlte das nicht, Urgun und Leon. Wie langsam wir sind hier. Wie das runterdrückt auf uns. Wie schwer. Wirklich, alles difficult, Herr, Urgun. Du bist viel zu schnell, Urgun. Wie ist es wirklich? Ich fliege. Ja, aber du bist trotzdem difficult, egal ob du fliegst. Flieg langsam. Es ist bedrückend. Es ist wirklich bedrückend, das hat der Game gesagt, so. Danke. Beziehungsweise. Ich hab' mal Glück gehabt. Kein Ding. Und kein Wort darüber, ja. Du bist... Zu wem. Naja. Keine Sorge, ich werde keine Ballade darüber schreiben, was hier passiert ist. Sehr gut, sehr gut. Zwinker, zwinker. Und eine andere Frage. Wär's nicht interessant, was in diesem Büro zu finden wäre? Wirklich noch mehr Zeit verschwenden? Gebe, wartet auf uns. Hab ich mit Detect Magic vor dem Eingang zum Büro irgendwas gespürt? Ähm. Nee. Deine Magie dort. Ich hab's da dran. Gehen wir einfach. Nutzlos. Weil ich mich trotzdem noch schauen, oder während der Konversation, ob ich irgendwas erkannt habe, ob sie uns anlügt, oder irgendwas verschweigt, großartig an ihrer Mimik, ihrer... ...Ausdrucksweise. Ähm. Du hältst das alles für die absolute Wahrheit bei ihr. Gehen wir. Kein Fleisch hier. Kommt mit. Lasst wunden gehen. Wie wär's, wenn wir uns die Seele selber anschauen? Was ist das eigentlich? Wie wär, wie wär, wenn man hier eines... Kommt, ich zeig es euch. Ich nehm so eine random Seele, Mann, und schütte sie über den Kreis. Okay, warte. Mach die Tür zu. Kommt rein. Er bleibt draußen. Dann mach bitte einen Suing Lore, Medicine, Arcana, Religions- oder Cultivismus-Check. Ja, ich bin ganz medizinisch, Mann. Okay. Und funktioniert? In einer spiralförmigen Bewegung, Mann, schütte ich ihn aus. Ihr seht. Willst du selbst beschreiben, was passiert? Genau, und es entsteht ein Wandteppich, ein riesiger Wandteppich, auf einmal entsteht, aber da sind auch so kleine Lücken drinnen. Aber hinten wird jetzt dieses goldene Feen so ausschaltet, würde das Lücken wieder zusammengeflickt werden. Das heißt, wir sehen jetzt die Vergangenheit von dieser Seele und man sieht einen hässlichen alten Mann, der kleine Kinder im Keller eingesperrt hatte. Ja, so ein Österreicher. Ja, das ist Österreich. Seht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Dann fange ich ihn wieder ein. Das sehen wir jetzt das Leben von dem. Man kann auch ihn wieder einfangen. Das ist kein Problem. Wollen wir uns Balchies anschauen oder gehen einfach zu Gäb? Nein, nein. Da findet das... Na gut, da hau ich ruhig rein. Ich mach die Uhren auf, die Kleider, hol die Bottle raus und mach wieder einen Medizinschlag. Aber wer weiß, ob die Seele stirbt, wenn ich jetzt versauere. Jetzt muss es mit der Alten passieren. Die kann man wieder einfangen. Das ist kein Problem. Let's go. Okay. Jawohl. Alter. Diesmal kommt kein Wandteppich, sondern Balchi höchstpersönlich taucht auf. Nee, aber du machst das extrem gut. Also mittlerweile merkt man, du könntest fast schon hier jahrelang gearbeitet haben. Es ist unglaublich, wie du das Ding da rauskippst und zusammenflickst. Und ja, ihr seht halt wirklich die Erinnerung von diesem Mönch, der wirklich sein ganzes Leben halt versucht hat, die Erleuchtung zu erlangen. Es dann irgendwann auch geschafft hat und war natürlich super happy. Und dann kam aber plötzlich Kim Nebi herbei, hat den quasi gekillt, hat seine Seele in sich aufgenommen und seitdem ist er übelst gequält gewesen, seine Seele kaputt und schlimm, schlimm, schlimm. Können wir lernen, wie man die Erleuchtung erhält? Und den, was wir da sehen, werden wir jetzt erleuchtete Untote. Nein. Das ist auch geil. Ich fange die Seele wieder ein. Puh, weißt du nicht, was Gebt mit dieser nutzlosen Seele will, aber naja. Das werden wir schon herausfinden. Kommt, lasst uns gehen. Was ist hier? Kommt mit. Ach, nix. Was ist hier? Hört auf, kommt doch. Wir müssen zu Gebt. Ich tue alles für Gebt. Was ist hier drin? Ich will wieder seine wunderschöne Stimme hören, Leon, komm. Ich hoffe, es hilft wieder für uns. Verarmte Scheiße, Leon. Schade dich, Leon. Du bist immer noch so ein Kind. Unglaublich. Hm, keine Magie, nein. Gehen wir. Zu spät. So, Alarm und Gobi Noe sind schon draußen. Oh, oh. Ihr seht, ein riesiges Wesen für euch. Du bist schuld, Leon. Siehst mich gar nicht mehr. Ich schrei zurück. Du bist schuld, Leon. Ihr da vorne bleibt erstmal stehen. Den Rest lasse ich noch nachziehen. Ja, du wirst direkt gesehen. Und vor dir steht dieses riesige Ding und spricht nur zu dir. Bleibt stehen, wo ihr seid. Ihr wagt es, meinen Hof zu betreten. Ihr wagt es, meinen Besitz anzugreifen. Ihr wagt es, den Prozess zu gefährden. Ihr wagt es, diejenigen zu stehlen, die unter meiner Aufsicht stehen. Am besten betet ihr zu Narakas um Sühne. Ich werde euch für diese Übertretung viel leid zufügen. Ihr werdet dem Tod nicht mehr wieder zu erkennen sein. Welcher Tod? Bist du es, Richter? Frage ich auf Requean. Ja, der redet überhaupt nicht mit dir. Der ist so wutentbrannt. Der labert einfach seinen scheiß Monolog runter und greift euch direkt an. Du bist hässlich. Hast du Gott gespielt? Hässlich bist du. Aber kennt ihr Gubi Noe eigentlich? Das frage ich mich auch. Halt die Schnauze. Jeder kennt Gubi Noe. Ne, ich weiß es nicht. Ich kann Gubi Noe nicht. Was soll das? Müssen wir auch so fällen, oder nicht? Aber er muss ihn mal Noe rausnehmen, muss der Order und der Sozah. Ich kann für den Raben holen. Aber was ist, wenn ich jetzt das hier mache, Mann? Kennen die, kennen, äh, kann ich so posten, das nicht jetzt hier. Kennen die mich wirklich nicht, Junge? Dann kann ich das gar nicht machen. You're a firebrand. Ich bin ein Firebrand. Wahnsinn. Ich kann für den Raben würfeln. Der Raben ist Freiband 2. Ich bin ein Firebrand. Weißt du eigentlich, was Firebrands sind? Dö. Ist mir egal. Das sind so richtig gute, rechtschaffende Typen, die umherziehen und Sklaven befreien und so. Ich bin ein Shadowbrenner, Mann. Steht doch falsch. Ich mache genau das Gegenteil, was die Firebrands machen. Ne, ist wie ein Feuerwehrmann eine Brände legt, um dann ein Held zu sein. Das heißt, der versklavt erst die Leute und rettet sie. Das heißt, ich kann das nicht machen, schätze ich, ne? Das ist traurig. Mach ich so nicht. Du bist schneller als ich, wie das ist möglich. Hilfe! Wissen wir, ob das Ding auch lebt? Hier lebt alles. Hättest du zugehört? Da heißt es nicht zu, Herr, du. Wirklich. Okay. Lies nochmal schnell im Tagebuch. Wie weit ist die Reichweite von dem Demoralize? Achso. Steht dabei, oder? Wahrscheinlich 30 Euro. Ja, dann ist das eh nicht, weil das ist genau außerhalb der Reichweite. Schade. Komm jetzt, Vogel. So, das. Du redest nur eine Scheiße und dann stehst du dumm da. Das wäre schon mächtig gewesen. Mach mal die Boss-Bar, Jungmann. Ui. Uh, okay, 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 okay. Krass, das Speck hast du. Danke für die Info. Dann. Kastet er erstmal eine Wallforce. Oh, cool. Oh, cool. Äh, wie male ich das am besten? Die ist auch unsichtbar, dann wissen wir überhaupt, dass er das gemacht hat. Das ist eine gute Frage. Also die, die Unsichtbarer sehen können, wahrscheinlich schon. Geht es nicht eher darum, ob du den Spell kennst, also Recognize Spell Action oder Reaction? Aber ich meine nur, ob wir irgendeinen Effekt auch sehen oder ob diejenigen, die halt eben keinen Effekt sehen. Weißt du, was ich meine? Ah. Also, dass wir nicht wissen, was er da castet. Das ist gut. Ja, klar. Und da sie invisible ist, würde ich auch sagen, wir sehen nicht, dass da irgendwas erscheint, oder? Ja, true. Stimmt. Jetzt kommt mir neue Tron. Ihr seht das, oder? Das Blaue Ding. Ja. 50 Fuß lang, 20 Fuß hoch. Okay. Das habe ich jetzt nicht gemerkt, oder? Er hat mit seinen Kleinen herumgefuschtelt. Okay. Bist du behindert, frage ich nur. Ich habe keine Ahnung, was er was gemacht hat. Und dann, was muss ich schrollen, um was über dieses Vieh herauszufinden? Religion. In der Tat, ja. Nein, danke. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe wirklich, wirklich Angst. Ich graste einmal umsonst. Defense. Graste ich. Jetzt muss alles, alles, alles muss hier raus. Alles muss hier raus. Alles muss hier raus. Ja, ihr macht auch alle hier. Full Save. Mir ist doch egal. Es müssen alle raus, alle raus hier. Ich werde meine Maze benutzen, die in meiner Robe ist. So. Die Leute mit Fail, Frightened 2. Die Leute mit Success, Frightened 1. Ich mache Maze auf ihn. Er ist nicht in Reichweite. Oh ja, shit. Ich caste Reach Spell und mache Maze auf ihn. Okay. Ciao. Da ich Reach Spell mache, war es das? Hast du irgendwas gesungen? Bitte was? Hast du ein Lied gesungen? Ich meine, theoretisch kriegen die hinter der Wand den Effekt nicht, oder? Das hört man doch. So. Die Magie geht halt nicht durch, keine Ahnung. Das ist mir egal, weil das nicht... 20 Feet hoch. The Wall Blocks Physical Effects von Passing Through. Äh, was, was, was? Keine Ahnung. Das ist so Dämonischen. Ja, Physical Effects. So, der macht seine... Sense. Hilfe! Die gute alte Sense. Wie wärs, werden wir einfach durchs Portal rennen? Ich springe aber zur Seite. So rennen wir nicht durchs Portal und ich dodge es so, aber es verstreift mich. Erlaub. Aber ich war doch gerade dran und habe ihn halt die Fresse. Ein Alarm. Was tüsst du? Alarm ist erstmal direkt überfordert. Sein Gehirn versteht nicht, was hier passiert. Also ich weiß nicht, dass diese Wand jetzt hier ist. Das... Das ist korrekt, ja. Ja. Der rennt los, man. Bam. Das wird er allerhand tun, ja. Er macht erstmal den Pantomimen. Ich. Ich gebe mir meine Stands. Warte mal, muss ich mal noch ein Diebes. Ich bin frightened. Ich hoffe, das bedrückende Gefühl ist jetzt weg. Nein. Nicht? Ist es immer noch die Kulturelle, oder was? Ja. Wirklich? Das ist gefickt. Ähm, okay. Ja, dann... Das hat auch nichts mit Heilen zu tun oder so. Das war einfach... Weil ihr viel Aufmerksamkeit erregt habt. Okay. Ja, dann versucht er allerhand, zum Total zu laufen. Was passiert, wenn ich da durchrenne? Du kannst nicht durchrennen. Geht gar nichts. Also im Moment... Ja, du rennst dagegen. Du spendest eine Action, um festzustellen, oh, da geht's wohl nicht durch. Okay. Ja, dann mach ich weiter in den Pantomimen und... Wir müssen fliehen, was tut ihr? Siehst mich nur gegen die Wand hämmern, aber du hörst mich nicht. Oh, La Ham, du stehst bei mir hier. Ist das richtig? Nein. Nein, ich stehe hier. Nee, ich stehe hier. Ich stehe hier. Kommt doch einfach mit. Fliegt doch rüber. Glittert rüber. Springt rüber. Barbara kann euch drüber schmeißen. Ja, das wollte ich fragen, ob ich das darf. Wenn du 20 Fuß hochwerfen kannst... Ich kann 30 Fuß weit werfen. Ja, dann geht's. Nice. Aber weiß ich, dass das 20 Fuß hoch ist? Nö. Okay, ich hab schon eine Idee, was ich machen würde. Geht doch einfach durchs Fenster. Nein, eigentlich würde ich die vier Winde machen. Auf Gobinoe. Beziehungsweise auf die, die ganz hinten sind. Also auf Alla Ham, auf mich. Auf Noel, auf Barbara... Wo ist denn Leon? Ich kann eh fliegen. Nee, auf Barbara nicht. Aber Leon ist... Doch, Leon ist noch in Reichweite. Aber das geht ja wahrscheinlich dann nicht durch, der Effekt, oder? Das bringt uns auch relativ wenig, weil wir nicht durch können. Ist es physisch? Magie wird doch nicht geblockt, Junge. Ich verstehe nicht, was du glaubst. Nee, es ist kinetisist. Ich glaube, das geht durch. Magie wird nicht geblockt. Nee. Das stammt doch da, oder? Das steht sehr spezifisch. War of Fords. Ja. War of Fords. War of Fords. It's physical effects. Sonst nix. Sollte Kreaturen. Dann mache ich das. Und... ...darf fliegen. Nur die Hälfte, weil difficult terrain. Ach so, war doch mal. das heißt ich darf die hälfte striden und dann habe ich aber noch mal die hälfte wegen tiefen können nein ich bin level ja also leon, noel, wes, ihr dürft euch bewegen ich bin level 18, das ist mein characterlevel, nicht spellrank, der kennt Spell, zum schocken wie viel dürfen wir uns bewegen, 10? deine reichweite durch 2, also durch 20 bewegt sich alle harm oder bleibt er da stehen? du weißt ja nicht wo überall die wall ist, oder? naja doch, er hat festgestellt dass er dagegen gelaufen ist kletter hoch vor ihm sind wall, das weiß er ja das heißt, da kann er auf jeden fall durch wo? er weiß, hier kann er nicht durch, das ist das einzige was er weiß, oder? ja ich glaub auch noch vorne kommt ihr jetzt oder nicht? ja wenn er da stehen bleibt du siehst mich weiter gegen die wand klopfen sonst gar gar nichts passtest du die wand da ab? dann kann ich hierher laufen dann verstehe ich nicht was ihr macht warte erstmal und aktivier meinen Limbus und fährt ja das ist perfekt funktioniert zusammen glaub ich gubinoe und ogun Hilfe ogun, Hilfe ich ducke mich ich ducke mich ich ducke mich gleichzeitig mit ihm mit ich ducke mich gleichzeitig mit ihm mit ich ducke mich gleichzeitig mit sehr gut ich bin genau über unseren Kopf gemäckert so mit der ersten action würde ich natürlich null weiterlaufen lassen wollen beziehungsweise er kriegt halt nichts das funktioniert nicht mit der zweiten action ist die frage kann leon das irgendwie nachvollziehen was das sein kann also dass es eine force war ist es ist eine nur arcane effekt oder kult oder was ist das alles gibt es auch auf eine divine force war oh ja divine steht mit dir dabei das ist divine ja das heißt ich könnte einen recognize spell action machen oder ist das eine reaction nur hat das herausgezogen eine reaction ja ok gut würdest du es erlauben dass ich mit einer action einen religion check mache um zu checken dass das eine force war sein könnte ja wird hoffentlich reichen dann weiß ich nicht nicht äh ja doch komm ok dann würde ich versuchen eigentlich bist du halt unter seinem spell des hier ja wir erfinden hier gerade was ja ich meine jetzt nach dem normalen recognize spell aber egal äh gut danke dann würde ich versuchen oder neu sozusagen drüber klettern lassen wollen weil rundherum seine leute alle stehen das ist die kleine action wie weit kann man hoch für 20 of your land speed ich habe 35 normales ist die figuren so würde ich wahrscheinlich fünf feet laufen können eine war hinlaufen habe ich nur noch eine dann probiere ich ist ziemlich schlau aber wäre dann auch fertig die medlehrer noch ein bisschen mehr gleiches spiel noch nicht probino edupt sich und ich bin wieder die gleiche genau das gleiche wie immer was machen die da hinten scheiß auf die ich glaube das ist das ist es im Grunde oder darauf haben wir schon länger gewartet die wird uns lieben nur uns mit einer action stelle ich fest dass da halt ein land ist und dann benutze ich die zwei verbleibenden actions um mich nach vorne zu teleportieren da steht dabei dass man nicht durchteleportieren kann achso doch da steht dabei dass man durchteleportieren kann ahja da ist man durch ja ja ok sorry wissen wir jetzt dass es seine war auf irgendwas ist oder nicht wissen wir das jetzt seine war auf force ist ich weiß es hat das nichts gesagt weil unser west kann des integriert junge nein muss ich ehrlich sein habe ich nicht gemacht traurig importest dich in das portal und importest dich direkt weiter das wird sich tschüss ihr wichser das könnte ich machen aber vielleicht sterbt ihr dann ich importe mich auf jeden fall ich importe mich auf jeden fall davor ins portal tschau nein nein davor nicht es ist weg ne es ist richtig losgekriegs aber Noel kann drüber fliegen theoretisch oder sobald er fliegen kann und Leon er kann nie fliegen dann schmeiße ich Leon da drüber ich weiß ja nicht wie hoch es ist aber ich kann 30 fuß weit werfen deswegen versuche ich es 30 fuß äh 25 fuß hoch und 5 fuß rüber sozusagen muss ich Willing sein bist du Willing naja wieso sollte ich da rüber fliegen und ich muss vorher auf einer Hand machen aber das ist ja keine Aktion die was kostet da steht nicht mal dass du Willing sein musst du musst nur mein Alley sein ja zack also schmeiße ich dich da rauf da links neben meinem Icon kannst du dann landen Moment da steht aber nicht dass du Willing sein musst eben ja du kannst dich einfach schmeißen wo ist dein Icon ich sag das dein Alley mit ist ja und halt links daneben ja ja einfach nur über die Wall ja du fällst dann natürlich 25 fuß nach unten aber er nimmt keinen Damage das steht da drinnen ok äh ich lande auf meinen Füßen und kriege Kitschern ja wenn ich jetzt groß werde geht das überhaupt vom Platz her geht gar nicht ja wie reagiert Leon darauf ist mir egal das ist wie hat dir gesagt dass du mich werfen sollst das war meine Idee meine Barbara Idee Barbara denk weiter jetzt also darf ich jetzt groß werden oder eh nicht in dem Platz da ist kein Platz in dem Feld ok bring doch durchs Fenster einfach ja ja sonst kann ich eigentlich eh nichts machen deswegen war's das für mich dann werde ich als nächstes alle ham rüber werfen so was muss er würfeln ja 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 und er hat noch zwei Ecken so jetzt hat er gerollt 57 krass äh jetzt hier nochmal pusten ja Es keeps in this balance ja dann sind sie wieder da oh oh kriegt er erstmal Feuer damit dann castet er dann castet er oh oh Chain Lightning uff nein divine elektrisiert konzentriert nein res mbp von hinten also ja ich merke natürlich was er vor hat ich spüre es knistern und er bricht das gleich bricht das gleich ja das ist in der rekt spelleteck im grössten dass du oben so ein würfel arcane spontaneous spells plus 28 er dann zu trotz wo steht das das spell ist denn dann schied denn es oben der spiel ist für ein kleiner wir film plus 28 not bad 57, wenn das nicht klappt, dann maßt man 90, dann verpufft der Spell. Aber du musst ja ein 8 das Facelad wegnehmen, ne? Ja, das macht nichts. Jetzt muss er doch voll sauer sein und da festgehen, oder? Sollen wir flüchten oder töten wir ihn? Töten wir das Drecksling. So soll es sein, so wird es geschehen. Ich singe, ich singe. Wo ist es? Wo ist es? Alle 4 sogar. Ganz Wilde DC. Ich hab 60 Fuß range und ich kann mehrere Leute, also es gehen sich alle aus. Ich kann es da auch noch posten, wie willst du ihm nicht glaubst. Äh, dann gucken wir mal. So, Wilde DC von den Kacki Boys ist 40. Wilde DC von ihm ist 45. Das ist es. Jetzt und er nie. Das ist es. Das ist es. Ich mache das so. D'Karl. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ja! Der Rabe ist confused. Ist echt jeder geschafft, oder so? Kästlich. Dann habe ich noch eine Action. In dieser Action werde ich uns inspirieren. So, zum Angriff. Obwohl. Obwohl doch. Rogo steht vorne. Scheiß drauf. Das war's. Rabe ist confused. Man köstlich. Fliegt hier hoch? Hat er Attack of a Pugel? Der Rabe? Ich glaube, er kann keinen Rift. Stimmt. Er ist confused. Der kommt nicht. 18 vor allem. Und kriegt der Rabe. Nein. Das ist nichts. Also der da. Das ist der Automat. Der da oben. Ist der noch in deiner Reichweite? Der war in meiner Reichweite. Der war, ja. Rabe ist confused. Greif zuerst die anderen. 62 Damage auf Wes. Oh oh, Wes. Wes wollte uns zurücklassen und stirbt deswegen. Dann macht er seinen Curse. Du machst einen Will-Safe. Dann bist du jetzt Typified 3. Wie lange ist denn die Sky? Wie lange ist was? Der da daneben steht. Ne, alles gut. Sorry, ich hab das missverstanden. Das ist Typified. So, ja. Hallo. Man kann sich durch teleportieren, hat man gesagt. Ja. Soll ich Wes retten? Der Rabe ist confused. Greifst die anderen zuerst an. Ich fühle mich in meinem Mantle an. Caste die Menschen durch. Wow. Next Level. Schui. Schui. Und auf einmal tauche ich hinter ihm auf und das Schwert fliegt. So trifft doch. Aber Frighten, sonst wär's ein Crit. Und mit uns Alcurt. Ja, aber er hat natürlich nicht Courage eingetragen. Schade, schade. Ja, wie jetzt? Entrag halt Courage ein, Mann, dann ist es ein Crit. What's the problem? So. Wie jetzt? Dann ist es doch ein Crit, wenn er Courage einträgt. Trust me. Weiß ich nicht. Off God. Alles. Er verpufft Alaham ins Nichts. Eine kleine Wolke taucht dort genau neben ihm aus. Und aus dieser Wolke kommt da das Schwert von Alaham. Finde ich nice. Aber ich fliege erst mal 20 Fuß kann ich nur fliegen. Also ich würde gerne so ein bisschen weiter weg von dem fliegen. Außerhalb der Map. Das ist richtig dumm. Ich stehe eigentlich weiter links. Und dann mache ich meine Sonne. Wenn sie die Wand löschen. Und dann bekommen sie diesen Damage. Der fliegt da hoch. Kriegt noch Damage von deiner Aura, ne? Ja. Ja. Jetzt auf den Maul, Mann. Was ist gerade los? Wir haben Mage. Wir haben der Frontline. Ich hätte auch durchgehen wollen. Einen habe ich noch. Ne, Quatsch. Hingelaufen, zweimal angegriffen. Leon. Er wollte refreshen. Er hat meinen Fehler angezeigt. Ich komme gerade wieder rein. Jetzt geht's wieder. In jedem Fall werde ich meinen Fokuspoint einsetzen, um Noll fliegen zu lassen. Das kostet zwei Actions. Und dann fliegt er. Muss schauen, wie viel Speed ich habe beim Fliegen. Ob das der normale Lanespeed ist. Dann wären es 35. Dann kann er die Hälfte davon fliegen. Das sind halt 15. Also mit zwei Actions wären es 30. Dann kann ich fliegen. 15 noch runter. Dann wäre ich 5 feet über der Luft. Dann würde ich hier über der Wall mit 5 feet in der Luft sein, okay? Mhm. Ich bin schon fit. Sehr. 18 Damage. Ja. Soll ich nochmal posten? Oder hat es mir hier getrunken? Ne, ne. Ich mache einfach so. Haben wir eh keine Feuerresistenz. Castet Invisibility auf sich. Auch das Bild. Barbara. Okay. Ich habe gerade von alleine neu geladet bei mir. Okay. In dem Moment. Das ist nicht meine Schuld. Ich schwöre. Das dauert kurz. Das ist nicht meine Schuld. Okay. Okay, also ich würde drüber fliegen, so hier ungefähr, und wir haben immer noch den Fickel Tower, oder? Ja, das wird auch nicht mal bekannt. Dann waren das schon zwei Actions. Und dann... darf ich mich hier groß machen, oder ist auch kein Platz? Wieso fliegst du nicht 20 Fuß? Wie weit kannst du fliegen, wie viel? Naja, 35 nochmal. Ja, total. 30? Okay. Kannst du 15 hoch, dann nochmal 5 hoch und dann 10 geradeaus. Wieso fliegst du nicht einfach dann 20 Fuß weiter nach vorne? Der ist... was ist das? Huge oder was? Hier so. Dann kannst du ihn wahrscheinlich eh in der Luft angreifen, oder nicht? Fliegst, dass du riesig ist. Ja. Und dann hast du dann noch eine Action. Dann mach ich aber das... Ich muss über 20 Fuß hoch, und dann kann ich noch... Ähm... Eigentlich nur 10 Fuß in die Richtung für zwei Actions. Da komm ich doch eh nicht dran. Du musst 20 hoch, und... Ja, warte ich... 20 hoch, und 25 nach vorne. Es werden 45. Ja, aber okay, geht das... Das geht sich dann nicht aus, wenn du kannst insgesamt nur was... Ne, 45, geht ruhig aus. Ja, okay. Ja. Dann wird es sich aussehen, glaube ich. Ja. Ja, aber... Dann wird es sich ausfragen, dann egal. Direkt. Also du kannst insgesamt... Mit zwei Actions kannst du 60 Fuß fliegen, ja. Also was... 20 hoch, und dann... Noch 10 zur Seite. Aber Difficult Terrain... Keine Ahnung. Ja, eben. Also sie kommt gar nicht so gut. Wir dachten ja, dass es eigentlich nur am Boden ist, oder nicht? Einen will, der so bedrückt. Okay. Sie haben 5 feet, glaube ich nicht aus. Dann kann ich immer 30 Fuß. 20 hoch, 30 nach vorne ist 50, und du kannst insgesamt nur 45. Dann landest du hier. Ja. Ja, dann mach ich mich noch groß, in der Luft. Das Flex, das hast du noch recht. Wieso, ich hab zwei Movement. Das sind drei, wenn du da stehen willst. Da stehen wenigstens drei. Wo... Wo stehe ich, dass es nur zwei sind? Hier irgendwo. 24 Füßen in Luft. Hier. Der stimmt ja. Das ist schon. Mighty Rager. Ich mach's so so. So. Jetzt bin ich gespannt, wen er angreift. Der ist confused. Gebe es uns. Ja, aber stopp. Erstmal muss er... Nein, Junge. Das geht halt nicht. Dachte, du stehst zu weit links, Mann. Du bist doch noch links geflogen. Ah, ja, stimmt. Ja, dann... Ich kann mich halt nicht hinziehen. Ich kann mich halt nicht hinziehen. Ja, er steht weiter links. Dürer, Mann. Kann sich ja nicht hinziehen. Ist er habsichtlich nach links geflogen, weil ich geschrien hab bei Scooby Noe. Er ist confused. Ach so, also er ist nicht in deiner Aura. Nee. Also ich wollte eigentlich so weit weg, dass er nicht mehr in der Aura steht. Aber ich... ... hab mich ja nicht hinzu. Es geht doch nicht. Okay. Dann. Er muss... Ja, angreifen. Wer sucht er sich aus? Ja. Keine Cantrips. Ich bin aber kurz weiter weg. Aber Moment, da hat er ja trotzdem... Vorhin hat er ja Damage bekommen. Von dem. Nee. Ich bin gleich angegriffen. Ja. Er wurde einmal gedamaged von mir, als er reinkam. Aber dann... Aber das war schon vorher. Und dann war er erst confused. Dann hat er Chain Lightning gecastet und dann wurde er confused. Okay. Wehre dich nicht, GM. Stimmt. Okay. Ja dann. Was haben wir denn alles? Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Kann er unsichtbares sehen. Das ist die Frage. Stimmt, da sagst du was. Kann er glaube ich nicht. Äh. Nee. Nee, okay. Also... Hinlaufen... Muss ich... Muss ich... Zuerst Leute in Range angreifen, oder? Ist egal. Also kann er auch hinlaufen irgendwo. Wenn er in Range kommt und würfeln. Ich mach mal. Ich würfel einfach für jeden, den er sehen kann. Nee. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fünf. Ich seh schon, wer es ist. Oh gut. Ja, es ist natürlich schwierig, aber... Kannst du die Wand vielleicht löschen? Ja. Oder kann man nur so zücheln? Ja, er kann dich schon hinziehen, aber du siehst ja nichts. Ach so, dann egal. Und so ich jetzt extrem erstempelig. Hm. Ja gut. Wie weit stehst du da drin? Ja gut. Oder zieh dich mal hin, wo du stehen würdest. Ups. Okay. Dann kann ich den da jetzt hinziehen. Kriegt er Feuer-Damage? Kriegt er Feuer-Damage? Das heißt, er würfelt jetzt, ob seine Konfession noch da ist? Ja. Ja. Eine Action, um hinzulaufen. Dann greift er dich an. Oh, das war best, glaube ich. Ja, aber dich trifft wahrscheinlich eine 40, ja? Mhm. Er bekommt Feuer-Damage. Okay. Okay. Zehn. Dafür fehlt er noch mit seiner Klaue. Oh, oh. Oh, wie neu. congratulations. Oh, oh, oh. Oh, oh. highlighted from Luckily for time on ... Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was war denn da? Ich hab mich da hin, doch ich inspiriere uns. Alhamd is the Moon gegen Belllose, ne? Ja, wir haben einen Fehlverfahren. Es ist tot. Schwierig. Ich spart mich da hin. Ich couragiere uns. Ich mach lieber gleich Hardcore. Kommen unsere Homies nach vorne. Schaffen wir die das? Aber wer schafft das? Ja, ok. Ich probiere es. Ist das für so ein Fail? Ist egal. Nur plus eins. Haben wir noch eine Action. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Ja... Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Tu etwas, unterhalte mich. Jo, der schmeißt erstmal seine Sense. Und zwar nach rechts, also Gubino und Alarm. Gubino, er duckt dich. Ich kann, dass wir die Skinner mit wucken. Aua! Und dann greift er dich nochmal normal an. Dann bist du dran. Jetzt wirst du mir büßen, du Schuft. Und links, rechts, ganz schnell. Und dann stehe ich noch einmal zu. Aber er weicht aus. So, war gut. Ja, zuerst einmal das Reaction, meine Sonne, die natürlich wächst und die ich natürlich bewegen kann. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du sie einfach da oben hin bewegst. Woher weißt du das? Über alle vier Spieler. Ja, gut. Sodass Allaham auch getroffen wird. Ne, nicht getroffen wird. Durch die da durch. Aber der Vogel war auch noch drin, als es größer wurde. Warte, du machst das wirklich? Ich habe einen Witz gemacht, okay. Klar. Okay. Das ist ja nicht mehr confused. Ja eben. Kannst du löschen. Achso, war nur eine Runde? Ja. Kann ich die, ich kann die ja fliegen lassen. Kann ich sie über West rüberfliegen lassen, sodass ich die Vögel aber noch erwischen? Äh. Ähm. Okay. Ja, okay. Ja, dann alle Vögel, alle drei Vögel machen dann Reflexe. Wobei das nicht sehr Urgun ist. Bestimmt. Ja, du hast recht. Ne, du hast schon recht. Poste, poste nochmal. Die Sonne fliegt über alle vier Träger. Also Vogel, Vogel, Vogel und West. Jetzt erhöht sich meine Dying Condition, oder? Ne, das gibt's nicht. Der Vogel hat die besten Saves, aber ich roll die ganze Zeit Scheiße bei dem. Kann auch mal. Was passiert jetzt mit mir? Nix, ein, ein höheres Dying. Wie viel bist du jetzt? Zwei, oder? Zwei? Drei? Er hat einen Crit bekommen. Lebst du noch, Junge? Dann... Mache ich... Noch eine Sonne. Das Problem ist, dass er jetzt drankommt. Ich lebst du vielleicht nicht mal. Dann mache ich die Sonne hier hin. Und er macht noch ein Reflex-Safe. Und er macht noch ein Reflex-Safe. Das gibt's doch nicht, das... Aber der kriegt auch noch Bonus-Damage automatisch nicht mit einer Aura. Also... Weil er Weakness hat, ne? Ja, ja. Alles automatisch im Hintergrund. Das ist dabei, ja. Und dann... Bin ich noch in seiner Range? Wird halt außerhalb... ...in seiner Range fliegen. Weißt du ja nicht. Ja, halt weit von ihm weg. Also ich seh... Ne, aber es passiert nichts. Hier wär's entweder... Okay... Ich wollt' sagen... Du hättest auch wieder deinen Hier-Rump-Fund-Nutzen. Lucky. Ja, okay. Jetzt bin ich dein Zweiger. Und da hätt' ich eher den... Nein, dein Eins. Ne, dein Eins. Ich hätte da eher den meinen Hier-Rump-Fund-Nutzt. Safety-Safe. Ich kann ja auch danach machen. Kann das dann auch danach machen? Dann lass' dann danach machen? Aber das ist ja dann wieder... Du hättest dann... Die Dying-Condition erhöhen, stattdessen... ...wird's den Hier-Rump-Fund. Ich glaub' wenn du die Dying-Condition erhöhst... ...das ist der Dream. Ja, also das war's, oder? Ja. So, dear. Ja, ja, wenn wir Dying-Condition in Krise sind. Fliegt zu Ogul? Das heißt, er bewegt sich in meine Aura? Nee, oder? Das ist krass. Okay. Warum kommen die jetzt alle zu mir? Du bist tatsächlich flanked. Hä? Ja. Was ist das für ein Vieh, alle, wie groß ist das? Wobei... Das Spiel zeigt an, du bist flanked, aber eigentlich... Mal gucken, was passiert. Das Spiel ist anders. Na, der fliegt da hin. Dann hat es wie eine Waffe mit 20 Fuß Rechings gemacht. Das wird schon stimmen, oder? Dann verfehlt er erstmal, sehr gut. Wer fehlt nochmal? Sehr gut. Leon! So, ich beschwöre... Ein... Elemental Herald of Fire. Nice. Einfach auf mich. Ich bin ihm oben liegen gefolgt. 60 Foot Emanation trifft alle Feinde. Ich weiß. Aber ich will da auch... Naja, da schwanz. Okay. Also, lebendes Magma, sozusagen, geht auf alle, die ich als Feinde betrachte. Und zwar mit einem Basic Reflex Save. Mein Spey DC ist... E39. E39. Das ist der Initial Schaden. Ah, kritischer Save beim Vogel. Jetzt hat er es geschafft. Und der Persistent Damage ist... Ja. Ah, warte, der ist auch noch da. Okay. Also, hier steht er ungefähr. Okay. Und dabei geht Noel vorwär. 15. Und schlägt einmal drauf. Dann kriegst du erstmal eine Attack of Opportunity. Fäch. Fäch. Wer fehlt? Steht gar nicht, dass er 10 Foot reached. Fäch. Deck. Yes. Und und fährt. Der denkt sich so, ja, kacki. Der kann mich sehen. Der hat Angst. Du darfst attackieren. Das ist der ganz weg. Der rennt zur Urwohnung. Und außer ich hätte mich noch gekippt. Ja, aber genau. Alter. Natural 20. Dann läuft der in meiner Aura und kriegt nochmal 18 full damage. Weil dadurch steht gleich. Nochmal Fortitude Save bitte. Wingsloat. Eines Tages. Nix da. Alter. Das gibt's ja nicht. Tango. Oben. Das sind einfach Fähe. Was geben die mir auch Level 15 Viecher? Was ist alles? Was ist der Vogel? 20. Deshalb wohl. Wenn das alles 18er gewesen wären. Der Kampf anders auch. Ich fliege hin, nehme mein Schwert in zwei Hände, schläge drauf und das war's. So. Ich überlege, ob ich das machen will. Das ist eigentlich viel zu gemein. Mh. Wenn's gemein ist, musst du's machen. Jetzt will ich's sehen. Wir können einen von euch verbannen aus diesem Bonio. Okay, du bist genau. Das ist halt ziemlich lame. Wer ist der sehbewusstlos? Ich wollte dich, ich weiß. Zack. Ach. Arzlul spielt Clash. Ich hab nie gehört. Ja, okay. Das könnte ich... Wobei. Du nervst ihn momentan am meisten. Er attackiert Ogul mit seinem Schwanz. Was? Da kriegt er dann keinen Damage. Aber am Anfang seiner Runde 18 hast du noch nicht gemacht, oder? Trau ich mich von Barbara wegzufliegen? Nein, natürlich nicht. Steht ein riesiger Barbar vor ihm und er schlägt mit seinem Schwanz auf jemanden. Er schwebt vor ihr. Oh. Yes. Schade. Wobei, ich könnte meinen Hero Point verwenden. Ja. Ich... Schade. Schade. Dass er nicht weiter weg geht. Dafür Gubinoy oder was? Hilfe. Genau. In der Tat? Warte mal jetzt hier. Warte mal jetzt hier. Schlagen, laufen, schlagen. So. Gubinoy macht drei rückwärts Saltymann und schreit laut auf. Du machst einen Wild DC und sowas. Hast du noch nie gesehen, Mann? Ich glaub, das hat er schon mal gesehen. Ein von 15. So, außerdem... Nein, Leute. Bist du gegrabt? Nein, Leute. Ist dies das Ende von Gubinoy? Ja, macht doch mal was, Leute, wirklich. Und du machst einen Fortitude-Safe? Nein. Das ist ein schlechtester Saving-Frau, Junge. Der DC ist 42. Ohhhh. Nein. Nein. Du bist tot. Glaubst? Das passiert. Und das hier bleibt. Ja. Aber warte, Poison haben wir da ist dann Bonus? Das untote Benefit. Stimmt. So, da muss ich draufdrücken. Was steht denn da? Ja, toll. Nix. Aber... Guck mal, Basic Undead Benefits plus 1. Plus 26 ist der. Und da, wo man jetzt plus 25, Junge. Eigentlich ist es falsch. Das heißt, da hab ich eigentlich 42. Hab ich eigentlich 42, Junge. Basic Undead Benefits plus 1. Basic Undead Benefits plus 1. Ja. Ja, danke. Gerade geschafft. Gut, dass du den DC gesagt hast, Alter. Also ich bin crept, oder das? Ja. Oh Gott. Hm, du bist crept. A, B, C, D, 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 R. Ich delaye, Mann. Hilfe! Hilfe! Hallo Melanchthon! So, der schmeißt erstmal seine Sense wieder. Richtung rechts. Oh oh. Ich crept den Kobino entgegen. Jetzt will er die Backline von uns töten, die ganz vorne steht. Ey, schau. Alarm wirft die einfach mit seinem Schild da vorne. Alarm zeigt dir wieder. Es fliegt nicht mehr auf Kobino, gell? Doch. Boah. Ich bin doch gecrept, oder nicht? Und? Und? Ich bin genau da gecrept, ehrlich will ich eigentlich. Okay. Okay. Das ist eine Linie. Ui. Ja, und? Er crept mich ja. Das heißt, ich bin ja eigentlich nicht auf diesem Flex. Die Hälfte schaden. Doch, er crept dich auf dieser Stelle. Mit seinem... Er hält mich so ganz auf dieser Stelle fest. Mit seinem Schnabel. Und dann verfehlt er nochmal Alarm. Und sofort kommt der Konter. Stich in den rechten Fuß. Fuß ist ab. Hilf mir! So richtig wie jemand. Er leckt in seine Achillesferse. Lebt er noch? Ja. Okay. Er ist jetzt aber außer... Dings. Der Fuß ist ab. Er fällt rum. Jetzt lebt er nicht mehr. Und dann wird sein Kopf abgeschlagen. Guck mal, ich rät er durch. Jetzt steppe ich hier mal hin. So, am Anfang meiner Runde kann ich kostenlos eine Sonne sustainen. Und ich sustaine kostenlos die Sonne rechts neben mir. Die ich auch direkt durch mich durchfliegen lasse auf den Hinteren. Das heißt, die beiden machen einen Reflex DC. Oh, gut. Macht da drüben einfach sein eigenes Ding. Das ist kein bisschen. Oh, drüben. Aber ich seh mich da mal. Ja, das ist dann außerhalb der Map. Was soll ich machen? In einer anderen Dimension. Ich kämpfe gegen zwei an eine. Das ist ein Schattenreich, man. Dann mit einer Action sustaine ich die obere Sonne. Und lass die auch auf mich fliegen, sodass wir alle drinstehen in der Sonne. Jetzt, jetzt habe ich wieder Augenkrebs hier. Ja, aber... Nein! Aber er ist doch einfach eingeschafft. Und dann bekommen sie diesen Damage. Jetzt hält sie immer noch sehr unsichtbar. Er hat einen HP. Dann fliege ich weiter, man. Ist mega. Sollen sie mich chasen? Wer hat einen HP? Ah ne, warte mal. Der, den du nicht siehst. Egal. Ich fliege weg. Dann kriegen sie beide Attack of Opportunity. Ja. Ja, jemand hat getroffen. Jawoll. Ja. Da hat er den Reach rappen? Ja. Dann hat mich getroffen, bekommt er Damage. Nämlich... Ja, früher könnte man das getroffen. Nämlich. Ja, dann muss ich mir auch mal was beinden. 10 Feuer Damage. Ich schiebe mich rein. Ich schiebe mich rein. Chill einmal, Wes. Dann singe ich dir das schönste Lied, das du je gehört hast. Und alle, die 30 Fuß unter ihnen stehen, kriegen. Hallo. Es leckt zu hart. Es leckt zu hart. Es leckt, Junge. Er macht es nicht. Es leckt zu hart. Es leckt zu hart. Doch, jetzt... WTF? Han? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Ich escape, ja. Good luck. Hilfe! Hilfe! Das heißt, du bist jetzt wieder wach und du liegst einfach nur am Boden. Du musst erst aufstehen, um zu casten, oder? Ne. Ne. Okay, aber wenn ich noch cast, muss ich einen D-80-Check machen. Das ist richtig. Dann macht er automatisch. Mach's automatisch. Achso. Zumindest sollte er das. Habe ich gefehlt. Das fehlt. Ja, aber es war nur der Schurstreik, Mann. Scheiß auf den Schurstreik. Cast einfach. Oh, versichere ich mal. Oh lord. Auch das fehlt. Lächerlich ist das natürlich. So, der fängt an. Das heißt, er bekommt 18 Feuerdamage. Aieieiei. So, wie lange ist die Range? Sind die da drüben eigentlich bald tot auch, oder? So bist du so schwach, Ogun. Ich seh es nicht. I lack vision. Soll das, Mann. Ich bin so weit. Geht halt da, Mann. Er schmeißt eine Sensen nach rechts. Es trifft Ogun, Wes und Gubinol. Oh shit. Nein, das kann doch nicht sein. Success ist die Hälfte, oder? Ja. Ja. Das erste, was passiert, ist einmal, dass man Fire Herald sich bewegt, beziehungsweise dort steht, wo er ist, und einen Strahl. Okay. Ich seh ja, die Gegner, wirklich nicht, der links, ja. Also, sonst könnte ich da einen Strahl in die Richtung schießen. Ja, außerhalb der Map. Das ist absichtlich, kann ich gar nichts sehen. Ja, alle, das ganze nicht treffen. Dann kann ich den zweiten noch treffen. Den Vogel würde ich treffen. Ja, ja, dann kannst du den, und den nicht unsichtbaren. Okay. Also, den anderen könnte es auch, aber... Also, den anderen könnte es auch, aber... Wenn das geht, also 60 Foot Line auf jeden Fall, dann bewege ich halt dieses Viech nach rechts. Und das macht den Strahl nach links. Ja, das geht, ja. Und mache damit einen Basic Reflex Save für euch wieder. Jetzt gibt's den schon, plus... Okay, Persistent Damage. Hm, das trifft alle wieder. Nein, den nicht unsichtbaren angeblich und den Vogel. Jetzt lies mal eine Line, sowas wie die Dämonen Spirale in Vortex aus Feuer. Okay, also den unsichtbaren und den Vogel. Nein, den nicht unsichtbaren, oder? Ich seh's halt nicht. Der ist weiter links. Wir sind halt 60 Fuß voneinander entfernt. Bitte, mach das doch viel, wenn wir nix sehen. Das ist so schwer. Hab ich doch eben gemacht. So ungefähr. Das trifft er nicht, weil ich muss ja den noch bewegen, vorher. Also dann treffe ich nur den Vogel. Also hier ist mein Elemental, das kann ich bewegen. Ach so. Jetzt hierher bewegt, rechts neben ihn. Oder halt oben oder da unten. Ja, dann... Dann nur der Vogel. Einen Basic Reflex Save mit 39 DC. Okay, das ist ein Crit. Das ist blöd. Ähm... Wenn du Crit hast, krieg dich dann den Besitzenden dann auch nicht. Bei beiden steht, with a basic reflex, also wahrscheinlich beides nicht. Dann kann ich nicht nahe genug hinlaufen. Mache also stattdessen... Days. Wird zwar nix außer Roller 9. Das ist die einzige Chance, irgendeinen Schaden nachzumachen und laufe einmal vorwärts. Und fertig. So. Der wird von der Sonne direkt verbrannt. Von meiner Aura. Ja. Hilfe! Barbara. Wenn ich geradeaus gehe, dann habe ich Reach oder nicht? Natürlich. Was? Also zu dem Vogel... Das ist das immer Reach. Ja, so erreiche ich ihn dann, wollte ich wissen. Wenn der 10 Fuß von dir entfernt ist, dann ja. Ja. Ich dachte ich habe nur 5. Nein, du bist groß, deswegen hast du mehr Reichweite. Ach so ist das, okay. Wir gehen jetzt. Safe him. Ich raste aus. Ich raste aus! Oh nein! Ich habe keinen mehr. Bring dich um, ey. Das war's. Sorry. Hilfe! Der. Tötet Kobino. Lass mich doch. Wieso ich? Ich mache dir keinen Schaden herauf. Benutzt erstmal seine Breath Weapon. Ja, mach sie gerne. Sehr gut. Lass mich in Frieden. Der hält dich mit der Klaue genau an seinen Mund. Da kommt der Breath genau durch, ja. Ja, wie jetzt? Ja. Der prefft sich selber an, Mann. Ne, aber der kann doch... Hier, guck mal... Wir haben das doch immer so gemacht, dass man in der Korbett nicht... Hier ist der Kopf, weißt du? Ja. Ja, wie greppt der Mischmann? Wo stand... Mit was kann er greppen, Mann? Das steht doch dabei. Mit seinem Schwanz. Sein Schwanz hält seinen Schwanz... Sein Schwanz ist übrigens das Ding mit 20 Fuß Range. Scheiße, Mann. Sterbt alle. Jawoll. Das ist es. Das war der perfekte Breath. Boah, das ist jetzt mal gewürft. Wir sind was verbreitet. Das ist ja richtig wild jetzt. Und ich bin im Reichweite des Portals. Ja, passt. Perfekt. Hilfe. Hilfe! Oh gut, ist auch noch drin, Mann. Warum? Das ist doch nicht Spiegelina. Nicht? Doch? Ne, bei mir nicht. Bei mir schon. Ich bin hier oben, hallo. Ja, ich weiß. Das Hauptfeld, also das vorderste Feld ist direkt unter dir. Und vorne sind halt drei. Oder? Nein, da sind zwei. Ne, du hast recht, du hast recht. Ja, okay. Ja. Ja. Hilf, jetzt schaden wir noch nicht. Wie hast du das? Äh, weißt du? Na gut. Jawoll. 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 So, es sind so viel Damage. Au. Holy shit. Aber trifft er sich nicht selber auch jetzt sein Schwanz, Mann? Nein. Und die Schwanz... Und so viel Persistent Damage. Ich. Seh' da gar nicht. Versteht nix. Doch, und vier D8, das ist ein Slash, denn der Trick, ne? Oh. Kling ich es genau, wenn ich tot bin? Ja, ja. Das klinge alle keinen Damage. Was? Ja. Das ist ein Damage. Also ich bin direkt wieder da in der Reihe raus. Und dann kriegst du erst am Ende deiner Folge. Nein. Wieso kriegt ihr alle keinen Damage raus? Es ist Persistent. Es steht auch bei den, bei den Dingen, die gepostet, da steht auch nix. Da steht nur Damage, Half und Double. Aber keine Zeit. Aber es wird auch eingetragen. Ich guckte mal, bei jedem steht das drin. Das ist dieses Schwert oder so. Am Ende der Runde. Ich werde euch verständnisvoll. Ach so, weil das, okay. Ja, okay. Weil es eigentlich keinen Damage macht, aber dann Persistent noch. Okay. Alles klar. So, das waren zwei Actions. Ja, gut. Was hat er noch? Zwei Actions. Ja, gut. Zwei Actions. Wieso vier? Dass ich nur Bad Wappen gemacht hab? Ja, man muss sich nochmal cremen, wenn ich da unten bin. Ja, halt und hat ein. Ja, hat er noch einen. Habe ich gesagt, dass ich dich grabe? Ich hab ne bessere Idee, wer beißt dir deinen scheiß Kopf ab? Ja, das ist der Moment, auf den ich gewartet. Wieso rollt der jetzt? Hey. So, du machst auch noch mal ein Fortitude Sale für das Gift. Wo bist du noch? Jamarache. Löst du mich los? Wie ist denn das mit Improved Crap? Also kann ich... Am Ende der Runde musst du mich cremen oder ich werde losgelassen? Ja. Du musst Deck. Oder du triffst nochmal mit der Waffe, die ihn gecrept hat. Ist egal, denn ich töte ihn jetzt. Oder nicht. Ciao. So, dann sustainen wir erstmal die große Sonne. Alter, das Ding. Wie groß wird sie werden? Ist das ein Maximum? Ja. Wie? Nee. Irgendwann ist das Ding so groß wie der ganze Planet oder was? Ich kann maximal 10 Minuten sustainen. Kannst du ja gerne ausrechnen. Was zum Teufel. Er legt sie gleich durch den Boss durch. Kill ihn jetzt, Junge. Okay. Okay. Ich bewege ihn so durch, dass er nur Noelle und Barbara trifft. Barbara. Und den Vogel natürlich. Und den Vogel links. Also und den großen Vogel und der linke Vogel war auch noch drin. Also beide für linke Vogel. Ganz schnell. Sehe die nicht. Lebt immer noch einer links, oder? Ja, ja. Einer lebt noch. Okay. Nicht eigentlich. Nein. Das gibt's ja nicht. Das gefällt mir. Okay. Und dann kommt dieser Damage. Nein. Da lebt immer noch. Alkazal. Weil jetzt mal ohne Witz, wie Hardcore ist denn bitte der Fight gebalanced? Weil das ist ja für vier Spieler normalerweise. Und der Typ kann halt direkt instant jemanden aus dem Boneyard heraus verbannen. Verban nicht. Also quasi drei Spieler gegen das Vieh. Wir sind halt uns nicht verbannt. Weil ich dachte, das wäre behindert. Also wir erleben, oder? Ja. Ja. Okay. Dann mache ich diese Sonne auch größer. Und lass sie einfach durch den Proben fliegen. Ist wahrscheinlich tot. Dann habe ich noch zwei Actions. Und mit diesen beiden Actions. Das mache ich eine weitere Sonne. Genau da. Und mit diesen wir Schweren. Ich kann dasinkling ansehen. Kriegen wir jetzt nicht diesen Persistent Damage, wenn wir dran sind? Ende deiner Runde. Ende der Runde, ja. Okay. Deine Runde. Wie wird's? Wenn wir eigentlich mal einen Hero Point bekommen, wenn wir so krass sind. Ich bin so cool, der hat einen Hero Point. Nee, der wollte sagen, dass er sein Hero Point benutzt. Ach so. Mann, kill den doch, das kann es nicht sein. Scheiß, Leon. Ich verwende eine Aktion, um zu würgen, damit ich die Sickland runter machen kann. Ja, es ist nicht scheiße, wenn ich das hab. Ja, es sind nur plus, es sind nur minus eins. Minus eins. Minus zwei. Minus zwei. Ja, gut, ja. Okay, dann vielleicht. Ich hab auch einen Spire Courage. Ich würd einmal wirken gegen den Fortitude-Dings. Späben nennt ihr das. Späbener. 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 Äh. Es klappt wahrscheinlich, warte. Späbener. Oh. Nee, es klappt nicht. oh mein gott die luft raus bei uns der mensch macht das oben kubinu habe ich so gekehrt man jetzt jetzt lässt sie sterben unglaublich was passiert bei einem du bist du kannst aber erst mal würfeln und wenn du fates kannst du den hero point einsetzen also ja ich mach den hero point das heißt ich bin jetzt ein 0 richtig richtig das geile ist er kriegt jetzt schaden richtig da steht er dabei bei endort das ist ne ne tschau leut tschau so jetzt fehl dich man end turn ich krieg aber neuen schaden jetzt oder nicht ja das heißt ich bin dann dein 3 ja ja das ist weg aber success flat check hidden to attack das ne recovery check hat jetzt automatisch gerollt oder nicht das ist hidden to attack das he da muss ich rauf drücken ah ja ok ok alles oder nichts ihr probiert chain lightning zu casten ne oh oh Barbara bitte Barbara es liegt jetzt alles in dir einmal normal draufhauen ich mach es warum oh mein Gott wie kann es sein das fängt an bei Noel kackermann unglaublich wenn die es gerade einfach geschlossen hat und ich es nicht gemerkt habe macht reflex bitte neue gridsight ihr seid so kackermann oh no oh no das ist gelöscht reflex das gefällt mir gerade ey wie geil hast du das schon gemacht warte ich ich würfel den damage nicht ihr und das halt mit crit dann und das halt mit crit dann selbst wenn ich crit feide werde ich leben ne doch nicht das ist jetzt so nutzlos wenn ich hasse euch wirklich wen trifft der chain lightning äh das nächste ist dann Barbara muss ich dann auch den reflex safe machen ja 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 oh ja ja dann alle haben crit feide ui nein bei ihm ein fail das 17er schlussickelt ja theoretisch ja komm gubinoe ja sag halt endlich an natürlich kackermann glaub ich critical fail greif lieber dreimal an als die leute zu heilen das ist typisch tschau kannst du deinen hero point ich kann dich gar nicht heilen ich habe keinen hero point wir haben nur einen wer soll dich denn heilen du wabla hallo wess komm wess ich kann dich heilen ich kann dich heilen es gibt healing potions hallo komm wess tschau tschau jetzt legt에게 vier runden am boden dann geht kein chance achso ich auch also das ist ein crit also dann ähm dann die ihn geht um zwei hoch dann ogun genau das ist ein normaler fail aber ich benutze meine reaction das ist ein normaler fail sache du Ja. Achso. Du hast genau um 1 Aufbau Guggenau. Hm. So, wer legt überhaupt noch hin? Malasse Guggenau und Wes. Noe. Nein, ich bin tot. Schnapp, schnapp. Das ist natürlich nicht Void Damage, sondern... ...Vitalitätsschaden. Ja, bei ihm zählt das eh. Das ist deswegen eh wahrscheinlich automatisch richtig. Ja. Bei ihm checkt es ja nicht, dass er unter ist. Ja. Ich hab nur Physically, die ist deswegen minus 5. Achso. Alarm. Was ist das bewusstlos? Achso. Okay. Ist gut. Dann krame ich aus meinem Beutel. Ein Körper voller Fetzen, die Federn fallen runter. Alles am Rennen. Und da ist er. Nein, ist es das. Ja. Alarm. Der Schlechter von Richter Alkra Simon. Und sofort zu Guggenau. Halt, Stopp. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Stimmt. Warte. Doch. Rassistent Bleed Damage hat jeder. Also vielleicht spielt Ogon das als seine Chance an. Endlich Rache zu üben. Achso, ja gut. Ja, okay. An wem Rache? An den Leuten, die... ...beine von... ...seinen Meister erledigt haben. Leer muss auch noch fallen. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Alarm bekommt erstmal Besistent Bleed Damage. Okay. Nicht wie viel Blätter. War jetzt noch jemand in die Reihenfolge? Ich war vor Barbara, aber nach allen anderen, glaube ich. Ich hab's noch. Ich war nach Guggenau. Nach Guggenau hat es einmal gedingst. Ich hab das auf der Seite noch offen gehabt. Na, das ist das Neue. Na dann? Ich war auf jeden Fall am Ende, das weiß ich noch. Das kommt bestimmt ungefähr so. Ne, das wird er presse. Egal. Das kann egal sein. Aber egal. Joa, ich... Ich lass es. Ich mach nix. Ich mach nix. Haben wir den Persistent Damage jetzt noch, oder ist das jetzt fertig? Den hast du noch. Okay. Da guck ich noch mal, ihr seht ja eigentlich viel. Na weiter. Erst muss meine Maus. Rette dich. Was? Ich check das nicht so ganz. Was muss ich jetzt machen? Du bist da... Nein, ihr habt noch diesen Persistent Damage. Und der kommt ja theoretisch noch drauf jede Runde, wenn er den nicht wegkriegt. Und da muss ich jetzt... Darum gehts gerade. War das das? Nein. Aber ich kann ja trotzdem was während meiner Runde machen, oder? Ja. Okay. Dann würde ich noch ein Oil of Unlove in Gubinor stecken und dann sind nicht... Tot, Junge, Mann. Fuck. Du bist tot tot. Du bist komplett tot. Ja, hallo? Ja gut. Er würde es halt trotzdem probieren wahrscheinlich, ne? Gubinor, lebe! Was denk ich das? Aus dem Mysterien-Gespenster haben wir doch gesagt. Die kann gar nicht wirklich sterben, solange sie noch unerfüllt ist. Jaaa. Aber das stimmt also, glaub ich, gar nicht. Da steht, man kann einen DC-15-Flatcheck machen. Nachdem du den Schaden bekommen hast, ja. Deswegen spielen wir das noch aus. Ah, okay. Jetzt verreckt nochmal die ganze Gruppe aus Auge. Du kannst zwei Ecke nur so benutzen. Halt dich selbst. Ah. Halt dich selbst, ne? Ich kann nicht woanders. Turn, Laufen. Turn, Laufen. Wenn ich End-Turn mache, macht er automatisch einen Roller, oder muss ich draufklicken? Ich glaube ja. Eigentlich schon. Anscheinlich. Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht. Was heißt jetzt, wenn es Critical Fail ist? Nix. Nix, okay. Kann ich das nochmal machen in Flatcheck? So als Aktion, oder nicht? Naja, aber du kannst zwei Action in deine Runde benutzen, und was auch immer da passiert ist. Stacheln stecken in dir drin kannst du rausziehen, damit der Check auf 10 reduziert wird. Oh, okay. Ich würge. Sie korzt und blutet. Warte, ich hab mich bewegt, dann passt das so. Ja, ich sustaine meine drei Sonnen. Lass sie nicht wachsen und warte. Steck immer den Finger in den Hals. Das Scheiß muss raus. Da drin. Das ist sortis. Hallo Leute. Das ist so. Wunds Blal geht halt auch. So. Wes ist auch Dying-4, aber kann Dying-5 haben? Kann eh nur Wes heilen aus der Entfernung. Level 8 Wesser als ich um 104 Oh, ist das nervig Ungun steht einfach daneben und guckt zu, wie er ausblutet Dass er überhaupt mit ihm rumläuft Das war jetzt sein Success oder war das sein Crit? 49 Was machst du da überhaupt? Ich hab gewürgt Achso Das ist ein Success, ja Kannst du sie weg machen Naja um 1 weniger, oder? Ja Okay Aber ist das auch mit Juggernaut oder Great Juggernaut so Ist das ein normaler Fortitude Save Der dann critet Wegen Juggernaut Ja Okay Es ist ja kein Saving Throw, oder? Wenn du rauswuchst Barbara blutet nicht mehr Barbara blutet nicht mehr Ne, du kriegst den vollen Damager, aber du blutest nicht mehr Äh, also habe ich das jetzt nicht mehr, dieses Slashing Ding Ne, aber du kriegst immer auf 15 Schaden Ja, aber jetzt ist das weg Und dann sicken das weg, weil du Ich hab das, ich hab das, ich hab ähm War das ein Crit oder ein Success? Das war ein Crit dann, ja Mit deinem Feed Achso ja, dann kannst du weggehen Dann geht's mir wieder gut Was? Hm Wer macht das? Ich war das Ich dachte, ich zieh dich mal aus der schwarzen Wand raus Ich versuche auch zu bürgen Über Barbara Auch du schaffst es Hat sie gut vorgemacht Hat sie wirklich Äh, so Dann da mal Kotz Kann ich diesen Bleed dispeln oder so? Also wenn ihr einen Heiler hättet Aber irgendwie sind euch die Heiler gerade ausgegangen Ich versuche uns mal Oh Gott Der Leon hat Noll betatschen Noll überall Wo die Federn oder was auch immer drin sind Persisten Den Persistent Damage Recovery Check Ja, trotzdem nicht Dann wirkt er noch einmal Was hattest du vorhin? Das ist ein normales Access 49 Alle haben jetzt 46 funktioniert Ist 43 auch ein Success? Äh, ja Das ist Kunst Was ist das denn so? Was ist das denn so? Barbara, sie hat es ja eh schon geschafft, ich kann dich rausnehmen, wenn du willst. Ja, bitte. Wie angeschlagen sieht Alaham denn aus? Sehr. Er sieht dem Tode nah aus. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht tun. Es tut mir leid, Alaham. Du weißt nicht, was du meinst. Ich meine, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich auf den Zeitpunkt gewartet und wir spielen eine Evil Campaign. Weil der Wert ist zu fies. Kurze Abstimmung. Kannst du das schon machen? Aber realistischerweise müssten dann die anderen dich töten. Das ist für mich komplett in Ordnung. Das ist für mich komplett in Ordnung. Ja, ich habe deinen Disintegrate am Start. Alba. Das darf in die Sonne. Boah. Die erste Sonne hier. Dies ist Taylor. Liegt durch Alaham und durch Barbara durch. Aber hat Barbara was gemacht? Oder glaubst du das? Das ist halt Zufall. Die ist einfach nur im Weg. Du hättest sie vorher stoppen können. Er will jetzt Alaham. Die zweite Sonne. Soll ich dich nochmal reinziehen, Barbara? Warte mal, ich habe eigentlich auch meinen Hinweis und der ging nur aus, weil du den Fight beendet hast. Ich war ganz unten. Ja, die geht nur durch Alaham und durch die Leiche von Guminoy. Ich mach den Regen, Ignatisanen, Dings. Die anderen habe ich ja nicht im Weg. Jetzt kommt der Damage. Das heißt, das ist der Damage plus ich zähle dich gerade als Feind. Das heißt, du bekommst nicht die Feuerresistenz von mir, sondern Bonusfeuer Damage. So, Damage ist hier. 42 Plus 9, also 51. Erinnert nicht, wie gehiss? Aber jetzt hast du meine Firecard aktiviert. Was? So schnell sterbe ich nicht. Die wäre? Äh, wo ist es? Numb to death. Nein. Okay, das ist was anderes. Aber ja, ich glaube, dann ist es Numb to death. Wird es hier. Nein, Numb to death ist auch nichts. Ist alles nur, wenn ich regane. Das heißt, ich bin jetzt einfach mal nur da hängen. Oh, der Fallen cut. Super Fallen cut. Dann kommt die nächste Sonne. Die fliegt durch... auch durch Barbara und Alaham. Was habe ich getan? Er ist ein Verräter. Er ist ein Verräter. Du bist an dem Weg, oder? Die Frage ist eher, was tut er? Er ist einfach abgrundtief chaotisch böse, Mann. Ja, ich bin wirklich chaotisch böse. Alaham. Ich habe schon einen Deinig dazugegeben. Du musst trotzdem werfen, vielleicht hast du ja einen Critz-Access. Oder ein Critz-Access. Oder ein Critz-Access. Ich kann nicht helfen, wenn ich tot bin. Aber okay. Gut, dann hattest du recht. Eine Action-Avina. Mit dieser letzten Action schieße ich auf dich. Mit einem Feuer-Strike. Du bist Deinig 4. Gut, dass ich Deinig 5 kriegen kann. Ist Barbara jetzt eigentlich slowed, weil die Sonne als Sonne gilt? Ja. Ja, ja, ja. Du bist so der Scherz-Charakter. Zählt das wirklich als Sonne? Eigentlich schon. Haben wir einmal auch so gespielt, aber dann haben wir es nicht mehr so gespielt. Okay. Aber es zählt eigentlich nur Sonne und Sonnenlicht und so. Ja, dann passt nicht ein Disintegrator vor oben. Ganz still und durch. Let's go, Mann. Der trifft. Jawoll, es trifft. Na, warte. Keep high? Hast du... Wieso? Hast du diesen... Wie heißt der Effekt? Frustrike? Ja, hab ich Rock gemacht. Okay, warte. Feier-Daumen. Boah. Oh-oh. Erstmal wollte ich einen Fortitude save. Fortitude save. Grit fail. Grit fail. Grit fail. Du bist bald an mir ab, Mann. So, und du kriegst aber auch am Anfang deiner Runde Feuer-Damage. Aber eigentlich zähle ich dich noch gar nicht als Verein, aber jetzt schon. Du kriegst ihn doch nicht. Du kriegst ihn doch nicht. Ja, das ist gut. Krasses PvP, Mann. Irgendwann muss das passieren. Leon, hilf mir. Ich hab ja nur einen Feind. Ich hab Leon nicht angekri... Ich bin trotzdem schwer verletzt. Ich bin dem Tode nah. Ich darf ja wohl Hilfe anfordern. Nein. Nein. Ja, in dieser Situation... Was macht Leon? Ich glaube, er will der Allaham heilen, wenn ich ehrlich bin. Nein, Leon. Er kann alle nicht töten. Du Verräter! Allahaaa! Hilf mir, Leon, und wir töten die Rote zusammen. Ich bin nicht so wichtig. Zusammen können wir Geht beherrschen. Allah haben wir dem 126 geheilt. Dann hab ich noch eine Action, beziehungsweise... Jetzt aktiviert sich ein Unto Death. Ja, null Moved. Komme kein Wundet. Null Moved. Deiner letzten Action. Jetzt bin ich in einer neuen Sonne, ja? Steht das? Ist da wirklich eine Sonne? Dann rolle ich zum Start meiner Runde immer nur, oder auch wenn ich reinlaufe? Erstmal bekommst du 18 Feuerdamage, weil ich dich jetzt auch als Feind identifiziere. Aber nur am Anfang meiner Runde, und das ist schon vorbei. Da hast du mich noch nicht als Feind identifizieren. Ja gut. Ah ne, du bist da bei meiner Aura gelaufen, da hab ich dich als Feind schon identifiziert. Okay. Aber immerhin Aura ist nur 30 viel, oder? Ja. 25. Also nur 0. 25. Warte, ich kann mir den Feuereffekt ja wegmachen. Mhm, richtig. Und wenn ich jetzt den Schaden normal nehme, wird den 18 Stimmt es, oder wie? Ja, 18 Damage ist. Okay. Okay. Genau, und du kriegst von jeder Sonne nur maximal einmal pro Runde Damage. Ja, okay. Das war's. Woll ich noch den Persistent tun? Ey, bitte. Es wird mich noch töten. Wenn Ugo euch jetzt alle verdichtet wird. Es wär zumindest episch, muss ich sagen. Würde ich gut finden. Würde ich richtig gut heißen, oder? Äh, siehst du mich jetzt als Feind, oder nicht? Ich weiß nicht, greifst du. Also... Nö, noch nicht. Okay, noch nicht. Du hast ja noch nicht für alle haben. Ich hab zwei Mal meine Sonne durch dich geschickt. Ja. Aus Versehen. Dann mach ich dir... ...meinen zweiten Glas. Und ich geh... ...dabei runter. Und du hast eine Getränke getrunken. Ich hab mein Getränk genommen und Sudden Charge. Ah ja, warte, ich bin slowed. Ich bin slowed, weil du Vampir bist. Ah... Oh mein Gott. Stirb. Du hast nichts gesehen. Der ganze Charakter ist einfach nur gemacht, um euch irgendwas zu hintergehen. Das ist ja... Das ist ja nur passiert, weil Role-Playing sein blöder Meister... ...herhinter rausgeholt hat... ...gemobbt wurde. Ich bin eigentlich als Woody... Woody ist an allem schuld. Ja. Ja. Obzack. Da haben wir in den Beinen abgehackt. Das ist schon richtig... Aber Leute, was ist... ...warte, was ist... ...wenn Woody das geplant hat? Trau ich ihm sogar zu. Wenn ich nicht in der Sonne stehe, bin ich ja nichts laut, oder? Ne, du... Du siehst... Wie kann... Wie kann ich mir den... Du musst die Sonne im Sonnenlicht... ...rechtsweg drauf. Geht das nicht? Nein. Dann... ...machen wir es abends. Richtig. Ja, wie weit geht denn das Licht der Sonne? Eine Sonne, wenn's mich verarscht. Ja, von diesem kleinen... Schon mehr als 5 Fuß, oder nicht? Weiß ich nicht. Da sind wir Spell dabei? Wie lange ist... ...Stim Light oder was auch immer? 500 oder so. Okay, ja dann. Dann bist du immer slow, solange... ...irgendwann, irgendwo... ...eine Sonne hier rumläuft. Ne, irgendeine Sonne. A Bright Light in 500 Foot Emanation. 500 Foot Emanation. Ja, 500 Foot Emanation. Ja, 500 Foot Emanation. Und nochmal Dim Light... ...Also 1000 Fuß. Ich stehe auf. Steppe hier rüber. Wieso Steppe? Dann würgen, damit sich der DC dann verringert, oder? Nein, das war was anderes. Das war... Okay. Das war... Dann... Second. Second. So, machen wir das so. Und den hier. Ja! Ich... Ahhhh! Ogon ist dran. Und Ogon benutzt seine Reaction. Flazing Aura. Ich explodiere. Mein Abzug beginnt. 20 Fuß um mich herum, bekommen alle Feinde. Schade, es ist gar nicht alle haben. Machen dann die disc 40 reflex save. Nein! Siehst du mich jetzt als Feind, oder nicht? Ähm, bist du auf mich zugelaufen bedrohlich, oder? Nein, ich bin nur aus dem Feuer rausgegangen. Aber er kann nur bedrohlich drauf. Charged auf dich zu. Ja, doch, ich sehe dich auch mittlerweile als bedrohend. Du bist auf mich zugelaufen. Ich sehe alles als bedrohend. Ihr helft alle. Ja, man. Ja, reche mich, Ogun. Ja. Es ist, als ob ich reche. Oh Gott. Das ist der Damage. Bitte tragt euch per Hand ein. Wegen dem Dings. Ah, okay, Barbara hat schon geklappt und schon. Ne, warte mal, du hast auch die Resistance dabei. Ja, nehmt ihr automatisch rein. Nimbus Fire, ist das das? Warte mal, ich mach meinen Nimbus einfach aus. Ja, jetzt sind alle Feinde. Ah, jetzt kann ich ihn weggehen. Okay, da oben muss man rechts drücken. So, dann tragt euch bitte den Damage richtig ein. Dann Allies sind Quikend und ich hab keine Allies. Du selbst zählst nicht? Ich bin kein... Mann ist nicht sein eigener Allies, leider nicht. Dann mach ich mal die erste Sonne größer und sustaine als kostenlose Aktion und schick sie durch alle durch. Alle. Alle machen also einen Reflex-Safe. Das kann nicht sein. Nein. So, ich... Es kommt noch Bonus-Damage drauf. Weil er das nicht macht... Der Bonus-Damage ist 9. Nein. Weil ihr meine Feinde seid. Das ist, weil ihr sein Limus aus ist wahrscheinlich. Dann verschwindet Noah und ich trenne die Verbindung mit meiner Reaction. Die zweite Sonne wird größer. Und geht durch alle durch. Also durch alle durch. Das ist ein Pain die zu bewegen. Los. So. Wer steht denn noch? Wes. Alaham. Alaham. Leon steht auch noch, Mann. Lass dich nicht verraschen. Ich weiß. Ich habe ja gesehen, was eben passiert ist. Im Ritt die größte... Sonne der Welt, Junge. Ich will sie sehen. Nein. Ich mach keine Sonne. Doch. Ich mach die Sonne. Auch Leon. Den Verräter, der Alarm geheilt hat. Richtig. Nein. Sehr gut. Kill ihn. Ja. Brillen sie alle. Für Gib. Wes. Du bekommst mit Anfang deiner Runde 18 Schaden. Das ist eh voll gut. Du killst jetzt alle, Mann. Und dann nächste Session kommt Woody mit seinen anderen Abenteuern vorbei. Wie mächtiger sind als wir, Mann. Ich krieg auch mal von 18 Schaden. Du kriegst 18 Schaden, Mann. Okay. Alarm. Es liegt jetzt alles an dir. Und er wird zu episch. Das ist das One-on-One, das wir alle erwartet haben. Es gibt doch nur einen Versuch jetzt. Difficult Terror. Zwei Actions. Du machst sogar Feuer-Damage. 20 Schaden, ja. Ja. Und du hast mich gehittet. Ja. Mit einer Nicht-Velay-Weapon. Das heißt, du bekommst Damage. Mit einer Nicht-Reach-Weapon, sorry. Achso. Weil du immun gegen Feuerschaden bist. Diesen hier. Zehn Feuer-Damage. Du hast keine Action mehr, oder? Nein. Tu es. Wer ist es mir bewusstlos? Muss ich jetzt meinen Dain 1 erhöhen, oder? Ja. Okay. Okay. Das war's. No mercy, Alter. Vorhin war ich sauer. Aber jetzt bin ich wieder richtig fröhlich. Ich hab jetzt nicht gecheckt, warum macht Ogun das? Weil ihr kagge seid. Weil ihr kagge seid. Oh mein Gott. Ja gut. Und das war's, oder? Lebt alle mal. Ich will nur sagen, wir sterben, weil die anderen vorher so viel Schaden gemacht hat. Ansonsten hätte ich Ogun schon getötet. Das stimmt. Was? Das ist das zweite Mal, dass du gegen Ogun auf dem Boden liegst. Die zweite Sonne fliegt durch. Adaham. Süßes. Und Ogun nimmt sich die Seele von Gobinoes Leiche. Liest nochmal so die Augen von Gobinoes. Und geht dann das Dispatchel. Dieses bin ich jetzt nicht verbrannt. Meine ganzen Items, auch die Seele von diesen Batschi-Typen, alles verbrannt, Junge. Einmal das mächtige Artefakt nicht. Geb ist richtig sauer jetzt, Junge. Du musst doch alle Items loten. Ja dann, erzähl mal, was du jetzt tust. Also ich verpuffe erstmal und ziehe mich in mein Phylacterium zurück. Ich würde zu Woody gehen natürlich erstmal. Woody gibt alle Items mal als Geschenk. Geb ist Schreise, Woody zu finden. Ja, ich nehme alles mit, ränke es Woody, und dann überreiche ich ihm die Seele und sage, dass Geb danach sucht und ihn reich belohnen wird, wenn er es zu Geb bringt. Also ich sag mal, du kannst nicht alles mitnehmen. Ja, ja, klar. Das teuerste nehme ich mit, was ich mitnehmen kann. Aber da sind ja auch die ganzen nimmervollen Beutel, die nehme ich natürlich auch alle mit. Vielleicht passt ja dann alles mit. Okay. Einen Beutel, den anderen. Und dann erzähl ich alle, die sich über ihn lustig gemacht haben. Die Gobino erheizt sich eigentlich auch über Woody lustig gemacht die ganze Zeit. Ich kenne noch. Alle haben, der Verräter, dem die Beine abgehackt hat. Barbara und Wes, die standen halt dazwischen. Tja, Serrat, da wo du versagt hast, habe ich es. Ja, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so arg ausgeht. Die Sonne, die Vorbereitung war halt im AOE mächtig, muss man echt sagen. Er hat halt auf den richtigen Moment auch gewartet, wo ihr alle schon angeschlagen seid. Ja. Der Gobino erheizt, wäre das nie passiert. Ja dann, es ist so wie es ist. Es hört mir ein bisschen leid. Dann war's das mit der Kampagne. Fand ich gut. Wes ist natürlich am Leben. Du hast keine Ahnung, wo sein Philakterium ist. Das stimmt, ja. Das heißt, er weiß auch von deinen Taten. Wie zum fuck soll die nächste Gruppe jetzt zusammenkommen? Ja, so wie gesagt, da haben wir jetzt Leute gefunden. Ich würde sagen, wir fangen die nächste Kampagne an. Einfach mitstreiten. Das ist gar nicht so schwer, weil Geb will seinen Kanzler töten. Wenn ihr versagt, schickt ihr die nächsten Bloodlords los. Naja. Da müssen Wes und Ogun zu uns kommen, oder was? Interessant wird jetzt halt wie Ogun und Wes. Vorgehen. Weil Geb muss natürlich Bericht erstattet werden. Na? Gut, also das Philakterium, das dauert wahrscheinlich, bis er sich regeneriert, oder? Ich muss es mir mal durchlesen, was da steht. Oder hast du das zufällig irgendwo als Feed oder so? Ne, das war ja bestimmt so. Die Sicherung. Ja, ja. Akitai. Ja. Ähm. Wie mache ich so einen Geheimen, Bro? Wenn du es geheim halten willst, ja. Und wie geht das? Da unten auf das, äh, auf dieses Buch-Icon. Unter dem Chat. Und dann roll ein D20. Äh, ein D10. Okay. Da haben wir das Ergebnis. Ich schreibe es mir auch auf. Alter, ist das crazy jetzt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, es ist so wie es ist. Wes wird nach einer bestimmten Anzahl Tagen wieder leben. Also der kann natürlich seinen Charakter weiterverwenden. Die anderen müssen sich dann, äh, neue Charaktere machen. Soll ich auch einen neuen Charakter machen, oder? Äh. Was hast du denn vor? Naja, also, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wenn die anderen jetzt in der Gruppe sind... Ja, aber dein Charakter hat ja trotzdem noch immer den Auftrag. Und du hast es ja nicht nur für Woody gemacht, nicht nur für Rache gelebt, sondern das war halt nebenbei, oder? Also ich werde ihn auf jeden Fall so gemuntet haben. Das ist schon mal eine Ansage. Na gut, ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie Geb reagiert. Wenn Woody und Ogon zusammen ihm das, die Seele bringen. Sprich du das mit Duri ab. Und überrasch uns nächste Woche. Wir können das jetzt nicht auf die Schnelle machen. Das muss dann wirklich im Hintergrund auch passieren. Vor allem jetzt sparen wir uns dann, wenn wir Ogon wiedersehen, ob da was passiert, wer denn dann spielt. Also er wird ja schon reden, aber was jetzt im Hintergrund ausgemacht wurde. Wenn du gerne das spielen würdest, dass der halt jetzt irgendwie Hochverrat betreibt und das Ding da zurückbringt und so, und du dann quasi einen neuen Charakter machst, der dann mit den neuen gegen Ogon vorgeht und Woody, dann können wir das machen. Naja, also wir sollten ja schon als eine Gruppe zusammen spielen. Deswegen sag ich's ja. Wäre eine Möglichkeit. Also wahrscheinlich... Oder du lügst dich halt weiter durch. Die neuen wissen das natürlich nicht. Ja, aber Wes... Wes weiß Bescheid und wartet dann vielleicht auf den richtigen Moment oder keine Ahnung. Wes kann nicht sprechen. Ja, sehen wir. Keine Ahnung. Wes kann doch sprechen, wenn sie will. Genau, mit der Cold Voice of Death oder so. Message kann sie auch verwenden. Sie kann schon kommunizieren. Das stimmt ja. Also Level 19? Ja. Krank. So kurz vorm Ende nochmal so ein Scheiß, Alter. Crazy. Ich bin schon sauer. Ganz ehrlich, ich muss noch eine Sache sagen. Barbara tot. Ich bin eigentlich nur Haas. Ich bin eigentlich nur Haas, weil ich damals dieses Ding, wo Ogun drin war, gerettet habe aus dieser Höhle. Und dann Woody durch Zufall dieses Rätsel gelöst hat. Es hätte alles anders kommen können. Schäm dich. So, liebe Leute, im Video, im Stream, auf YouTube. Ich mache hier mal Ende. Es wird spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.